Herzlich willkommen zu einem neuen Tech Talk bei QSO4U, heute der Tech Talk 14 und wir haben heute das volle Haus hier, nämlich mit David Sondermann und natürlich mit mir, Steffen Kolb, mal wieder hier am Start und wir haben uns so ein paar Themen rausgesucht, wir hatten gerade schon eine 30-minütige Pre-Show, die war etwas winzig, die haben wir natürlich nicht aufgenommen. Ich kann dir so viel sagen, beim David ist heute Rohrbruch angesagt, im Haus. Nicht bei mir, ich wollte gerade sagen, im Haus. Also da gibt es auf jeden Fall Geschichten, aber die haben nichts mit einem Podcast zu tun. Nicht mit einem Podcast. Wir können ja mal so eine, mit Webcam für alle vom Klo oder so aus dem Bar. Das lassen wir mal lieber. Das will keiner sehen. Gut, dann sind die letzten weiblichen Zuschauer auch noch weg oder Zuhörer, die den Podcast hören und gucken. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal mit den Themen an. Wir hatten im letzten Podcast eine Auswertung zu Artikel 13. Wollt ihr nochmal Artikel 13 Podcast hören, sehen, wie auch immer. Und ich habe heute ein Ergebnis. Und das Ergebnis ist echt sehr deutlich. Also ihr wollt nochmal was hören. Und wir haben auch schon einige Fragen dazu reinbekommen. Und es haben sich ja jetzt noch so ein paar Sachen neu ergeben. Wir versuchen das jetzt noch vor der Europawahl durchzuziehen. Es ist allerdings so, und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben aktuell echt hier ordentlich was um die Ohren. Dadurch, dass wir einmal unsere ganze IT-Infrastruktur umziehen in ein anderes Rechenzentrum. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt in einem Podcast. Und dann sind noch diverse andere Sachen. Die Steuer ist ja auch bald wieder fällig und so. Und ihr wisst schon. Aber vielleicht schaffen wir das sogar noch vor der Europawahl. Ansonsten gibt es eben das im Nachgang. Ich meine, das kommt in den nächsten zwei Jahren auf uns zu. Artikel 13. Und ja, Felix ist auf jeden Fall da weiterhin dran. Und den Podcast werde ich dann auf jeden Fall mit ihm zusammen produzieren. Und der hat dann noch einige Sachen, die noch nicht mal ich wusste. Die hat er da recherchiert. Das könnte ganz interessant werden. Und das kommt auf jeden Fall noch auf euch zu. Ansonsten haben wir heute bedingt, durch das, ja, durch das, dass der letzte Podcast noch nicht so lang her ist, gibt es jetzt nicht so viele Themen. Das heißt, wir kommen vielleicht unter die drei Stunden. Das ist auch mal ganz nett. Dann müsst ihr das nicht in zehnfacher Geschwindigkeit hören, den Podcast, damit ihr da durchkommt. Oder auf fünf Etappen oder so. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Gut, ich glaube, ja, Georg hat das erste Thema rausgesucht. Da würde ich sagen, Georg, schieß gleich mal los hier. Genau. Letzten Monat haben nämlich, oder innerhalb des letzten Monats, haben zwei Sicherheitsforscher eine sehr mysteriöse Datenbank im Internet gefunden, wo 65 Prozent aller US-Haushalte oder Daten von denen drin waren. Und da waren so Daten drin wie Klarnamen, der Familienstand, das Alter und GPS-Daten, um sie zu lokalisieren. Und das Ganze ist auf einer Microsoft Cloud und die haben keine Ahnung, wen die gehört. Also die ist auch ganz offen im Netz. Das ist geil. Also hat so gesehen jeder drauf Zugriff. Ja, es ist halt auch interessant, dass keiner weiß, wem diese Cloud gehört. Also irgendwie schon ein bisschen seltsam, oder? Fragt man sich ja in erster Linie mal, wo die herkommt. Ich meine, irgendwie wird die Cloud ja abgerechnet. Also wenn du bei Microsoft, weiß man, wie viele Gigabyte es sind oder so? Ja, warte, äh, 24 Gigabyte. Okay, naja, weil irgendwie, naja, wobei, 24 Gigabyte könnte auch so ein kostenloses OneDrive oder so sein. Aber wenn es jetzt zum Beispiel in Microsoft Azure liegt, auf den Azure-Servern, dann musst du ja eine Kreditkartennummer eingeben. So, und normalerweise kann man ja darüber dann... Ja gut, jetzt eine Kreditkarte kannst du ja faken, also beziehungsweise eine Burner, warte, besorgen. Das ist hier mittlerweile auch nichts mehr, äh... Ja, stimmt auch wieder. So das Problem. Ja, oder du hast halt irgendwie geklaute Kreditkarteninformationen irgendwie aus dem Darknet oder so. Also... Gibt's ja alles zu kaufen. Laut dem Artikel, äh, muten Sie, dass es entweder von Versicherungsunternehmen oder einer Firma aus der Gesundheit unserer Hypothekenwesen zuzuordnen ist. Weil, äh, nach einer Sichtung enthalten die eigentlich, ähm, Daten nur ab 40 Jahren. Also von Leuten ab 40 Jahren. Hm. Ja, interessant, ne, was, was so alles auf der Autobahn liegen bleibt im Internet, ne, das ist schon ein bisschen beängstigend teilweise. Aber da sieht man auch, ähm, wie die Unternehmen, und das erlebe ich ja auch immer wieder in der Praxis, äh, wie Unternehmen einfach mit ihren Daten umgehen. Wo man dann auch sagt, ey, Leute, das sind personenbezogene Daten und, ähm, ja, man kann nicht einfach irgendwo in Dropbox unverschlüsselt reinlegen oder so. Also, das ist bei vielen Leuten einfach noch nicht so, äh, klar, sag ich mal, wie man mit solchen Daten umgeht. Ja, der macht sich halt wahrscheinlich beim Anlegen keine Gedanken oder hat irgendwo noch eine Einstellung, die er vergessen hat, umzustellen. Ja, naja, naja, vielleicht sind es ja auch irgendwelche Vertriebsmitarbeiter, also man erlebt ja immer wieder, also gerade bei, bei so IT-Security-Beratern ist ja auch immer das Thema Schatten-IT ein großes. Das heißt also, dass sich Mitarbeiter an der IT vorbei Infrastruktur bauen, in Anführungsstrichen bauen, halt irgendwelche Dropbox-Accounts klicken oder irgendwie einen OneDrive einrichten, ähm, weil die eigene IT es halt nicht hinbekommt, äh, sag ich mal, ja, ja, Mittel zu, äh, bereitzustellen, die halt einfach am Puls der Zeit sind und eben zeitgemäß sind. Und, äh, heutzutage willst du halt mobil arbeiten, du möchtest die Daten überall abrufen, ja, wenn aber die Firma sowas nicht bereitstellt, dann schaffen die Mitarbeiter sich meistens selber irgendwie sowas und, äh, das habe ich jetzt schon von so vielen Unternehmen gehört, dass das da vorkommt und, äh, man kriegt das halt immer wieder mit, ne, und das ist vielleicht auch in dem Punkt passiert und deswegen weiß man halt auch nicht genau, über welche Firma das läuft, weil es einfach kein offizieller Firmen-Account ist, sondern einfach ein Mitarbeiter diese Datenbank da mal abgelegt hat. aus Gründen. Einfach mal so Copy-Paste einfach so in Excel rein oder so. Ja, so 25 Gigabyte Excel-Datei, die möchte ich mal sehen, dass du hier aufkriegst, also ich glaube, da kapituliert Excel da. Da hauert halt ein bisschen. Hatte ich erst vor zwei Wochen. Bitte was? 19 Gigabyte oder so war das. Excel. Ja, tut sowas. Kein Spaß. Sowas funktioniert auch gar nicht, also. Ähm, ich habe es von einem Matsubi geschickt bekommen, der hat auch gesagt, habe ich eine Idee, wie er es aufkriegt, ähm, ich habe keine Ahnung, wie es ist. Vorher bearbeitet haben, aber er hat sage und schreibe anderthalb Stunden gebraucht, bis das Ding dann mal offen war. Ich wollte gerade sagen, wie ist die überhaupt zustande gekommen? Keine Ahnung. Das ist alles andere. Das sollte man vielleicht trotzdem mal über was anderes nachdenken, also so eine SQL-Datenbank oder so, aber kein Excel. Also, das erinnert mich an den Kollegen, der auch mal zu mir meinte, ich soll ihm mal das Log falsch schicken, meine ich, das ist ein 31 Gigabyte. Ja, hast doch kein Problem, packst du es halt in eine Excel rein. So eine E-Mail. In eine E-Mail. Was? Na ja. Gut, kann man machen, ne? Ist halt blöd. So ist das manchmal. Ja. Ich weiß gar nicht, warum die E-Mail nicht zu dir weitergeleitet wird. Ich habe sie dir gesendet. Und da sind Spezialisten an der Arbeit. Ah, das hasse ich ja auch immer bei uns, wenn irgendwelche, ja, Leute meinen, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, was ich hier sage, wenn Leute meinen, sie müssen an alle Mitarbeiter über den Firmenverteiler eine E-Mail schreiben. Da gibt es ja auch immer so, wahrscheinlich ist es in jedem Unternehmen, ja, wenn Leute in Rente gehen oder dann halt das Unternehmen verlassen oder was weiß ich, rund einen Geburtstag haben und schicken dann einfach mal an alle Mitarbeiter eine E-Mail mit am besten noch Bildern. Wir haben ja teilweise, ja, da muss ich jetzt auch vorsichtig sein, sogar in den höheren Abteilungen Leute, die irgendwelche PDF-Dateien an alle Mitarbeiter schicken, obwohl die schon im Intranet drinstehen, wo du dich auch fragst, hallo, im Intranet ist das Ding, warum schicke ich nicht einfach den Link zu der PDF-Datei im Intranet? Da wird geschrieben, eine E-Mail, das steht drin, hier im Anhang sind die PDFs und im Intranet ist es veröffentlicht. Warum schreibe ich nicht einfach nur im Intranet, pack den Link drunter? Aber da fehlt es oftmals einfach an Wissen, glaube ich. Also das ist, und man darf ja nicht vergessen, diese PDF-Dateien, meistens sind es ja mehrere gleich, die sind vielleicht in der E-Mail einmal 4 Megabyte groß. Wenn die aber an 600, 700 E-Mail-Postfächer verschickt werden, dann muss man das mal 600, mal 700 rechnen an Speicherplatz. Das ist irre, also das ist Wahnsinn. Und das wird ja wiederum gesichert, repliziert und so weiter und so fort. Also wie viel das dann im Endeffekt wirklich Speicher braucht, das können dann wirklich mal locker so, was weiß ich, paar 10, 20 Gigabyte sein, obwohl es einfach nur so eine 4 MB PDF ist. Aber die wird halt einfach an alle geschickt. Also was für einen, also manche Leute. Kann ich aber toppen. Bei uns hat jemand an alle Mitarbeiter, das sind dann, glaube ich, insgesamt so 7000 oder so, 241 MB Video im Anhang mitgeschickt. Und dann hat jemand darauf geantwortet, an alle. Und das ist also dann irgendwie an, ich weiß nicht, also ich glaube insgesamt so 20.000 Mal ist die E-Mail rumgegangen. Das ist geil. Kannst du dir mal ausrechnen, was da rauskommt. Das ist ja, wie du schon sagst, alles gesichert und ja. Das, was auch geil war, das kam, war bei Microsoft, glaube ich. Das hat ein Microsoft MVP auf einem Blog mal veröffentlicht. Da gibt es so ein, ja, so eine Art Entwicklungsprogramm oder so eine, also bei dem Microsoft MVP, fangen wir mal von vorne an. MVP ist der höchste Zertifizierungsstatus, den du bei Microsoft bekommen kannst als Microsoft-zertifizierter Administrator. Und Microsoft pickt sich da jedes Jahr so ein paar MVPs raus, die dann an neuen Produkten mitwirken dürfen. Die können ihren Senf dazugeben und die können Vorschläge machen und so weiter. Und da gibt es eben eine Mailing-Liste. Ich meine, das ist auch schon geil, weil Microsoft ja mittlerweile, eigentlich sollte man meinen, mit ihren eigenen Tools, ich sage nur Microsoft Teams und SharePoint und so weiter, haben die ja eigentlich andere Tools, um solche Sachen abzuwickeln. Aber nein, die Leute, die MVPs haben eine Mailing-Liste. Und das Geile daran ist, jeder, der in die Mailing-Liste aufgenommen wurde, hat auch sich nochmal bedankt. Das heißt also, jedes Mal, wenn in Deutschland jemand dazukam, ging an alle Leute eine E-Mail, ja, ich bin der Robert und vielen Dank, ich bin jetzt hier auch mit dabei. Schön, dass ich mit dabei sein darf. Dann haben andere Leute geschrieben, hallo Robert. Und das ging natürlich dann immer an alle Leute. Und dann hat der auf seinem Blog geschrieben, der ist dann irgendwann aus dieser Mailing-Liste raus, weil er am Tag so um die 5000 E-Mails bekommen hat von dieser scheiß Mailing-Liste. Weil das immer hin und her gegangen ist. Und also total absurd auf jeden Fall. Deswegen, Leute, benutzt keine Mailing-Listen. Das ist einfach, es macht keinen Sinn. Nutzt irgendeinen Chat oder so. Wir machen jetzt hier bei Curso4U für den Tech-Talk gibt es auch eine Streamer-Gruppe, wo wir uns so ein bisschen organisieren. Plus unser Extranet, was wie ein Forum aufgebaut ist. Das ist definitiv die bessere Variante, als E-Mails hin und her zu schicken. Also, da sieht man mal, das ist irgendwie, oder nutzt Slack oder benutzt einer bei euch in der Firma Slack zum Beispiel? Nee. Also wir wollen eigentlich, aber dürfen nicht. Nee, da fehlen mir noch so ein paar Erfahrungswerte, weil viele, die ich kenne, die sagen, so Slack soll wirklich ganz geil sein. Ja, also ich habe auch einen Kumpel, der ist halt organisiert in so Teams international, weil die sind, das ist so eine kleine Gruppe am Programmieren, die sich halt dann austauschen. Und die schwören darauf tatsächlich. Ja, aber grundsätzlich ist halt E-Mail für sowas definitiv das falsche Medium. Naja, wie sind wir da jetzt eigentlich hingekommen? Keine Ahnung, das hat mit dem eigentlichen Thema überhaupt nichts zu tun, aber egal. Das schaffst du halt nur im Curso4U Tech-Talk. Genau, aber wir haben mal drüber geredet. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten Thema. Das hat der Tobi. Ja, und zwar haben mal wieder Leute Dinge gefordert, die ich persönlich sehr fragwürdig halte. Nett ausgedrückt. Nämlich der Präsident des Landesamts für Kommunikation in Baden-Württemberg möchte doch bitte, dass Plattformen wie YouTube sich ein bisschen mehr um eine Altersprüfung kümmern. Damit halt Kinder oder Jugendliche eine gefährliche Inhalte da bekommen sollen. Jetzt ist halt die Frage wieder, wie man es machen soll. Also man will eigentlich eine Altersverifikation, wobei ich da immer so ein bisschen, ist es glaube ich eher weniger das Problem der Plattform, sondern auch ein bisschen das Problem der Eltern und der Schulen. Dass man halt eben auch mal sagt, ey Leute, was auf dem Zeug ist, ist nicht unbedingt alles, weil was glänzt. Und ab einem gewissen Alter bin ich dann auch der Meinung, wenn junge Leute irgendwas suchen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt für ihr Alter ist. Also ich sage nur, die größte Lüge ist Internet. Ja, ich bin über 18. Ja, ja. Hat man da durchaus Möglichkeiten ranzukommen? Ja, es ist halt, sind wir mal ehrlich, wie du sagst, die größte Lüge ist es halt einfach und das wird niemanden abhalten, sag ich mal, da auf einen Button zu klicken, ja, ich bin 18 und so. Und selbst die andere, Entschuldigung, wenn ich jetzt ins Wort falle, aber selbst die andere Frage ist, wenn man das jetzt Ganze über einen, keine Ahnung, elektronischen Personalausweis oder was regelt. Ja, äh, himmelarisch. Überwachung im Staat lässt grüßen. Ja, ne, keine Ahnung, wären wir jetzt so das stalinischste Mittel, das überwachungsstatischste Mittel, was mir jetzt gerade so einfällt. Aber, Herrgott, wann schaue ich mir mal auf YouTube irgendwelches Zeug ab 18 an? Wer guckt sich auf YouTube seine Pornos an? Also da passt ja irgendwas nicht. Stell dir mal vor, du musst deinen YouTube-Account erstmal mit deinem Perso verifizieren, Alter. Ja, geht als... Äh, geht's hier los. Na gut, wahrscheinlich, äh... Es kann passieren mit Artikel 13. Leute, guckt dann den Podcast. Gleich mal ein bisschen Werbung. Muss der Batschen. Der ist dann ab 18 der Podcast, weil Felix zieht sich dann aus vom Podcast. Nein, der strippt dann den Artikel 13. Nein, Quatsch. Oh, Gott. Artikel 13 Pornos. Nein, nein, bloß nicht. Wohl wieder bei Fäkalhumor sind. Nein. Ja. Gott, was ist das heute für ein Podcast? Nein, aber, ähm... Ja, mal ganz ehrlich, also wen hält das denn davon ab und ganz ehrlich, ob ich dann... Also, das ist doch total bescheuert. Also, vor allem, ich möchte nicht überall meinen Personalausweis eingeben. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt, alles, was du irgendwo eingibst, kann potenziell abgegriffen werden, für irgendwelche Sachen missbraucht werden. Und wenn du dann solche Buden hast, ich meine, YouTube ist jetzt ja schon relativ, ähm, ja, gut abgesichert und da steckt Google dahinter. Da sollte man schon denken, dass die eine gute Security-Abteilung haben. Aber wenn du dann irgendwann mal bei einem Forum oder irgendwas von irgendwie so, was weiß ich, Gurkenzüchterverein, ähm, wenn du da dann deinen Perso eingeben musst, du glaubst doch nicht, dass die die Daten so schützen wie in Google oder in Microsoft oder... Ja, nicht gehasht, alles im Klartext oder so, genau. Wo kommen... Können sie ja teilweise auch gar nicht. Nein, die wissen das ja nicht besser, das sind irgendwelche Hobby-Leute, die halt einfach, die sind froh, wenn sie die Forensoftware fehlerfrei installiert bekommen und die, die haben dann ihr Forum da. Ja, und, und solchen Leuten, da kann man nicht verlangen, dass die sowas ordnungsgemäß, äh, irgendwie abspeichern oder so. Ja, gut, äh, ja, weil wir uns gerade noch drüber hatten, das geht hauptsächlich hier um, äh, Videoplattformen und die ganze, dieser ganze Spaß. Ja, aber diese Politiker, die denken ja weiter. Ich meine, bei Artikel 13 denken die ja auch, das betrifft nur YouTube und Google und, äh, Facebook vielleicht noch. Aber die checken ja nicht, dass es im Internet noch was anderes gibt, außer die ganz großen Plattformen. Und das ist halt einfach so das Fehldenken, aber, ähm, das hast du halt leider bei immer mehr Menschen, dass die meisten halt, wenn man sich wahrscheinlich mal so anguckt, was macht der Orthonormalbürger im Internet, äh, wirst du sehen, dass die mehr oder weniger wahrscheinlich immer die gleichen Plattformen ansurfen. Und dass die meisten Leute halt gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, äh, was dann noch so im Internet rumkreucht und fleucht und passiert und macht und tut. Ähm, also ich halte das für kritisch und ich glaube auch, also wenn das bei YouTube wirklich mal eingeführt wird, das wird dann auch bei anderen Plattformen kommen. Und dann wird's irgendwie absurd einfach. Wie bei Artikel 13 halt. Ja, weil ich meine, äh, was ich mir jetzt vorstelle, dass du dir einfach ein Perse von deinem Vater nimmst und dann seine PIN rausbekommst und dann gibst du dich halt als deinem Vater aus. Beispielsweise. Ja, oder Bruder oder irgendwie irgendjemand, der halt älter ist. Das ist definitiv klar. Also, das wird für nix sorgen, außer dass halt die Leute, die es wirklich richtig machen, also die wirklich ihre eigenen Daten eingeben, die werden bestraft, indem ihre Daten dann weiterverkauft werden. Ähm, ich meine, woher kommen denn die ganzen gehackten, äh, eBay-Konten und, und Paypal und so weiter? Paypal und eBay sind in den seltensten Fällen die, die, äh, Plattformen, die gehackt wurden, sondern es sind meistens halt irgendwelche Billo-Seiten, auf denen das gleiche Passwort verwendet wird und, 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 und das wird dann einfach halt probiert bei eBay, bei Amazon, wie sie alle heißen, und da wird halt probiert, komme ich rein als Angreifer, ähm, und wenn ich reinkomme, dann habe ich, äh, freie Fahrt und dann wird es da ähnlich laufen. Also, ich weiß nicht so recht, ob das eine gute Idee ist. Naja. Ja, nein. Nein. Die Idee, die Idee ist, wenn ich, äh, was finden will, finde ich es eh, ob jetzt Jugendschutz oder nicht, äh. Ja, das ist ja, ähm, nochmal ein anderes Thema, aber das, das, äh, hängt da ein bisschen mit zusammen. Wenn ich mir, habt ihr das mitgekriegt jetzt mit dieser, äh, Darknet-Plattform, die sie da jetzt ausgehoben haben, wo sich das BSI da feiert und, ähm, da ist ja genau das Gleiche. Weißt du, die heben eine Plattform, äh, heben sie auf, weil sich da ein paar Administratoren vielleicht dumm angestellt haben, was aber der breiten Öffentlichkeit verschwiegen wird, dass es im sogenannten Darknet noch tausende andere Plattformen gibt, die wahrscheinlich vielleicht die Ermittlungsbehörden noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben und auch gar nicht so leicht rankommen. Ich meine, in dem Fall jetzt war das halt leicht möglich, weil man, äh, den Bezug noch zur realen Welt hatte und die Administratoren dort, die haben halt einige Fehler begangen. Aber, ähm, ich sag mal so, es gibt noch so viele Plattformen, ähm, und es wird definitiv auch weitergehen mit, mit, äh, sag ich mal, Drogenhandel, Waffenhandel und so weiter im Darknet. Ähm, deswegen, das wird kein Schutz sein und das ist halt genauso wieder, aber die Politik muss halt irgendwas machen, die reagieren da aufhängig. Weißt du mal, was das für eine Partei war? War das die CDU oder so? Wahrscheinlich, ne? Irgendwie, äh, was ist der eigentlich? Der, der Typ da, dieser, ähm, Wolfgang Kreisig heißt der ja, glaube ich, ne? Ja, äh, ich kann jetzt schnell mal nachschauen, das ist ja kein Problem. Das ist bestimmt irgendwie CDU oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Naja, der Wolfgang, der Wolfi. Ja, also das sind so Ideen, dass das hätte auch, äh, ja, von, von irgendwie einen von der CDU kommen können. Aber, komisch, seltsam, Axel Voss, Axel Voss, Axel Speis, ähm, was? Ja, naja, ihr wisst ja, es ist Europawahl, ne? Ich will nochmal subtil drauf hinweisen, ne? Hashtag nie wieder CDU und so und SPD. Hashtag ihr seid abwählbar. Ja, genau. Hashtag gibt uns unser Demogeld. Ja, ja. Genau. Ja, wo ist es denn eigentlich, das Demogeld? Ich fand auch schon sehr lustig, wo wir bei der Mini-Demo vor dem, ich sag mal, Reichstag, wo wir hier vor dem, vor der Staatskanzlei herstanden und, ne? 300 Mann da alle, gibt uns unser Demogeld. Ja. Naja. Tja, mal gucken. Ja, dann mach ich gleich mal weiter, oder? Ja, der Tobi recherchiert noch und du guckst, äh, mach's mal weiter. Der recherchiert noch. Gut. Recherchiert. Jetzt haben wir wieder was ganz Lustiges hier vor dem Steffen. Ähm. Oh Gott. Ja, ja, genau. Äh, Red Hat, äh, Übernahme durch IBM ist genehmigt worden. Kuhu. Yay, IBM-Bashing, nein. Ähm, ja, das US-Justizministerium hat die Übernahme von Red Hat durch IBM jetzt genehmigt und der Abschluss des Deals wird für die zweite Jahreshälfte erwartet. Ähm, das Ganze ist ja schon so über die Ticker Ende 2018, also Oktober, ähm, rumgegangen. Wir haben ja auch ausführlichst drüber getag-talkt. Und hatten damals ja schon auch, äh, sowohl Pros und Cons, wobei es mehr Cons waren, auch geäußert. Und im Endeffekt sieht's wohl so aus, dass Red Hat jetzt für 34 Milliarden US-Dollar übernommen wird von IBM und IBM möchte damit sein Geschäft mit den hybriden Clouds erweitern. Ja, und das sind wir mal gespannt. Also, kurz Informationen, ein paar Zahlen und Fakten dazu. Also, ähm, Red Hat hat bis Ende 2019 schätzungsweise 900.000 Mitarbeiter, äh, direkt beschäftigt und bis 2023, ähm, sollen wohl nochmal 236.000 Arbeitsplätze hinzukommen. Ähm, ja, jetzt schauen wir mal, wie das so weiterläuft mit IBM. Wir haben ja schon mal drüber diskutiert, dass das ja schon öfter mal passiert ist, dass die dann irgendwas kaufen und einstampfen. Das wäre sehr, sehr scheiße in dem Fall. Das würde ich auch nicht hoffen. Ähm, aber sie haben's so mehr oder weniger verlauten lassen. Sie möchten halt ihr Cloud-Geschäft erweitern und deswegen soll die Firma wohl anscheinend doch recht eigenständig bleiben. In dem Rahmen, wie es halt möglich ist, ne? IBM ist ja nicht dafür bekannt, dass die jetzt viel Cloud haben. Und das, also ich, ich kenne kein Unternehmen, das, äh, freiwillig in die IBM Cloud geht. Äh, also vielleicht, ich meine gut, vielleicht die, die ganz, ganz großen, okay, da, da kann's vielleicht sein, wenn dann, was weiß ich, wenn es dann, äh, keine Rolle spielt, ob die Cloud, äh, Geschichte jetzt eine Million mehr oder weniger kostet. Also solche Unternehmen, aber, ähm, ich sag mal so, für einen Mittelständler oder auch für ein, für ein, äh, größeres Unternehmen ist eigentlich die IBM Cloud jetzt nicht wirklich eine Option. Ähm, ich meine, es gibt klar, wenn man so als IBM Cloud auch so die kleinen Produkte mit dazu zählt, also IBM hat ja auch zum Beispiel Mobile Device Management und auch einen Virenschutz und so weiter, äh, in der Cloud gemanagt. Okay, da könnte vielleicht das eine oder andere kleinere Unternehmen dabei sein, aber ich bin ganz ehrlich, das sind alles Produkte, äh, da, in meinen Augen. Ich meine, ich bin ja auch, äh, nur jemand, der das aus seiner eigenen Sicht beurteilen kann, aber wenn ich mir so ein MDM oder einen AV über IBM besorge, dann habe ich mich nicht richtig informiert, weil da ist, glaube ich, IBM definitiv der falsche Ansprechpartner. Man kann, und das ist vielleicht eine, eine Geschichte, ich bin ja nicht nur, äh, äh, gegen IBM, ich, ich habe auch, ich sehe auch durchaus, äh, Potenzial bei manchen Sachen. Zum Beispiel kann man, äh, das ist jetzt eine Empfehlung an alle, die, äh, vielleicht ein ISMS bei sich im Unternehmen implementieren wollen, müssen, wie auch immer. Es gibt von IBM den Curator, das ist ein, ähm, Sie haben ein System. Und du lachst. Wieso? Teile meiner Antwort würden sie nur verunsichern. Okay, alles klar. Äh, okay. Nee, es gibt den Curator von IBM und, ähm, da kann man dann zum Beispiel seine Logs von einem richtigen Virenschutz und von einem, von einer richtigen, äh, ja, von einer gut funktionierenden MDM-Lösung kann man da die Logs reinlaufen lassen und das ist eigentlich ganz gut. Oder was zum Beispiel auch gut ist, ist IBM X-Force, wo eben IP-Ratings und solche Sachen stattfinden. Ähm, also eine riesen Security-Datenbank dahinter, das nutze ich auch selber gerne. Ähm, aber der Rest ist eigentlich, äh, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es, es gibt sicherlich Gründe für IBM, für mich oder auch für die Use Cases, die ich betreue als Administrator oder was wir auch mit Curso4U als Firma betreuen. Da gibt's einfach nix, wo, wo IBM noch eine Rolle spielt, ne? Also, deswegen, klar. Immer besser manuell. IBM. Genau. Aber an sich natürlich, die haben noch ihre Daseinsberechtigung. Die müssen halt nur aufpassen, dass sie nicht irgendwann mal überflüssig werden, weil eben andere Firmen den, den Rang ablaufen. Ähm, aber gut. Das wird noch einige Jahre dauern. Was ich ein bisschen bedauere, um das Thema mal abzuschließen, ist, dass IBM, äh, die ThinkPad-Reihe aufgegeben hat. Wir hatten es erst letztens noch, ne? Genau. Ich hab jetzt ein, äh, ThinkPad hier. Das ist allerdings von Lenovo. Und, ähm, Leute, ich mein, ich werd noch ein bisschen was in anderen Podcasts über das Teil verlieren. Es ist nicht schlecht, gar keine Frage. Aber man merkt schon, dass da Lenovo dahinter steckt und das von der Qualität her nicht mehr so ist wie diese alten IBM-Dinger. Das ist halt schon so ein Plastikbomber. Natürlich, das sieht immer noch sehr hochwertig aus, aber das ist dann halt auch alles, ne? Die Tastatur ist gut, keine Frage. Also, die haben sie wahrscheinlich behalten. Deine Held noch, oder? Also, bei uns haben jetzt schon mehrere Azubis, nachher nicht mal einer Woche sind Tasten rausgefallen bei den Dingern. Ja, gut. Ich mein, ich weiß ja nicht, wie die drauf rumhämmern, wie so ein paar Affen. Äh, aber, es ist, also, nein, jetzt ohne Scheiß. Also, ich, ich, äh, ich hab ja auch ein MacBook und ich mein, bei Apple hört man ja auch vieles über die Tastatur. Und ich hab auch keine Probleme. Vielleicht hab ich Glück, dass ich da kein Montagsmodell erwischt hab. Aber bei dem Thinkpad, äh, alles top. Also, wie gesagt, die Verarbeitung wirkt halt nicht so hochwertig, wie es sein sollte. An sich ein tolles Teil. Der Karton hat mich selber so ein bisschen verunsichert, wie der ankam. Der Lieferweg hat mich auch verunsichert. Ich hab das bestellt. Hab ne, 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 also, ich hab's direkt bei Lenovo bestellt. Ähm, und ich hab ne Bestätigung bekommen von Lenovo in Holland. Hab ich gedacht, okay, kann ja sein, ne? Dell hat ja auch in Holland ein, ein, äh, Lager und alles. Ja, dann kam irgendwann von UPS eine Meldung. Ja, ihr Paket ist unterwegs. Dachte ich schon, okay, Phishing, weil ich hab nix bei UPS, äh, über UPS bestellt. Äh, ne, das war Lenovo. Das war das, das Notebook. Und dann sehe ich so, okay, das Teil kommt aus China. Geil. Ähm, ja, und das hat halt dann anstatt der angegebenen Tage, sieben Tage waren im Online-Shop angegeben. Das ist halt sehr optimistisch, wenn das über China läuft und, äh, dann noch einen Umweg über Nordkorea macht oder so. Das ist schon ein bisschen, das ist ja schon ein bisschen optimistisch. Das wird mit der Rakete transportiert. Äh, das, ne, also man sieht wirklich in der Sendeverfolgung sieht man wirklich drin, dass das Ding auch über Korea gegangen ist. Und da ist natürlich dann einmal der chinesische Zoll, dann der Zoll von denen, der das, äh, kontrolliert. Ähm, und irgendwie nach 14 Tagen war das Teil dann bei mir. Der Karton ist ziemlich ramboniert. Es ist auch, also innen drin ist nix kaputt gegangen. Ist auch nur mal in der Billow-Folie eingewickelt gewesen und so. Aber der Karton ist halt, anstatt dieser braun-Kartonage-Farbe, war er halt an manchen Stellen richtig schwarz von Dreck. Und, ähm, ja, also das ist bestimmt durch den langen Transportweg passiert. Ähm, und innen drin, also es wirkt alles sehr billig. Also ich glaube, IBM hätte sowas so nie verschickt. Die hätten wahrscheinlich noch einen Karton außenrum gemacht, eine Folie nochmal außenrum, damit es auch ja nicht irgendwie dreckig wird und so. Ähm, ja. Aber kurzum, das Feedback dazu ist eigentlich im Moment recht gut. Und, ähm, ich bin eigentlich nicht gerne umgestiegen. Ich habe ja davor einen Surface für solche Sachen gehabt. Nur ich habe halt beim Surface gemerkt, dass dieser Aufsteller ist halt echt nervig. Vor allem, wenn du als Administrator mal an einem Server dran bist oder irgendwas mal einrichtest und hast nicht immer eine glatte Oberfläche oder das Notebook auch mal auf den Schoß nehmen musst, ist dieser Aufsteller halt mehr als nervig. Und das passiert ja halt bei einem Notebook nicht, dass dann auf einmal alles umfällt, ne. Und, äh, deswegen, da kann man das Notebook auch mal auf eine unebene Stelle stellen und das funktioniert alles. Ähm, das ist natürlich jetzt eine Anforderung, die die wenigsten wahrscheinlich brauchen, wenn ich jetzt rein Tippse im Büro bin oder so oder von Meeting zu Meeting laufe als Business-Casper, dann kann ich auch ein Surface nehmen. Aber, äh, für mich als Administrator und als Techniker ist so ein, äh, ThinkPad, äh, doch die bessere Wahl. Vor allem, ich habe auch einen Ethernet-Anschluss wieder dran. Ich kann das Ding über USB-C laden. Eine der größten Vorteile im Vergleich zum Surface, wo ich dann so einen Spezialstecker dran habe von Microsoft. Und, ähm, deswegen bin ich jetzt wieder auf dem Surface gelandet. Du bist jetzt auf dem Weg zum HP Elitebook, glaube ich, ne, David? Ich bin schon auf dem HP Elitebook, aber ich werde jetzt wohl dann ja mal ein anderes, äh, holen. So in der Arbeit, nicht privat. Ähm, weil, ja, von dem Lenovo Yoga habe ich jetzt nicht so viel Tolles gehört. Nee, da habe ich dir auch von abgeraten. Aber ist auch wohl nochmal eine ganz eigene Nummer. Also, die normalen, äh, Thinkpads, die du schon gesagt hast, da habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen geschaut, die sind so ganz okay. Aber mit den Yogas haben jetzt auch, habe ich viel gelesen. Du hast mir gesagt, dass viele Probleme haben. Und, ja, mal schauen. Ich muss halt sagen, bei den, bei den HP habe ich bisher noch nie Probleme gehabt. Also, ich habe hier, also, ich habe hier ganz, ganz alte Serie stehen von, also, ich weiß gar nicht, das ist schon, stimmt, jetzt auch wieder acht Jahre alt oder so. Dann eins, dann eins neuer. Dann der Arbeit. Ich habe die ganzen, wir haben ja eigentlich nur HP, die ganzen Serien da durch. Und ich muss sagen, ähm, die sind eigentlich alle auch heute immer noch top. Also, ich bin sowohl im, im normalen Computerbereich als auch im Serverbereich mit HP bisher immer echt gut gefahren. Vielleicht habe ich auch wirklich nur Glück gehabt. Und es gibt hier draußen tausende Leute, die nur Pech mit HP haben. Aber, ähm, ich muss ehrlich sagen, das ist alles, es ist nicht so teuer wie zum Beispiel, äh, Dell oder IBM. Und es, es läuft einfach. Also, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch nur Glück. Kann auch sein. Aber HP hat mich bisher nicht enttäuscht. Natürlich, wenn ich mir jetzt die ganz billigen HP Notebooks für 200 Euro schieße, diese, äh, Consumer-Dinger, äh, okay. Aber wenn ich mir so ein Elite-Book oder so, das sind ja die Business-Modelle, wenn ich mir sowas schieße, ich glaube, das ist ganz gut. Also, die funktionieren auch lang. Und, ähm, das beste Beispiel ist, wir haben jetzt in der Firma noch Notebooks, die wurden 2007 gekauft und die laufen immer noch. Also, von den Notebooks hat sich bisher kaum eins verabschiedet. Die sind halt irgendwann zu langsam. Okay. Aber das ist ja ein gutes Zeichen. Wenn ein Gerät einfach zu langsam ist, dann hat es, sag ich mal, lange gehalten. Und dann, ähm, die wurden ja damals nicht zu klein dimensioniert, sondern die waren damals ja gut und mittlerweile sind sie halt einfach hoffnungslos veraltet. Ich meine, ein Laptop, der über zehn Jahre alt ist, ja, gut, ne, da braucht man nicht drüber reden. Der muss halt irgendwie getauscht werden. Äh, den kannst du auch nicht mal aufrüsten. Aber das, die Dinger halten einfach, ne? Ja, genau. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Georg? Nee, also, ich hab mit HP auch sehr gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Äh, in meiner Ausbildung hatte ich auch HP. Ja. Und da gab's eigentlich nie Probleme. Also, die waren auch, äh, sehr gut zum Reparieren. Weil ich hab, äh, als ich am, im ersten Jahr noch im Helpdesk gearbeitet hab, hab ich dann vor ein paar manchmal die Displays ausgetauscht. Und das ging ohne Probleme. Ja. Hm. Ja. Display hab ich auch schon getauscht bei meinem Vater vom, vom HP. Der hat aber kein, was hat denn der gehabt? Das war, glaub ich, kein Elite-Book, sondern so ein HP-Kompakt-Notebook noch. Ähm, das war aber auch easy, da einen Bildschirm zu tauschen oder den RAM zu erweitern. Äh, da ist man auch relativ gut rangekommen an den ganzen Kram. Äh, was jetzt natürlich, also ich glaub, bei dem Thinkpad, was ich hier hab, ich guck grad mal auf die Rückseite. Ich hab's hier grad auf dem Schreibtisch. Ähm, okay, da sind noch Schrauben. Okay, da kommt man noch ran. Aber ich hab jetzt gedacht, da kommt man gar nicht mehr ran. Weil, ich hab auch schon Acer-Notebooks gesehen. Oh Gott. Äh, die kann, ja. Ja, ja, Acer. Also. Aber, äh, da hab ich schon einiges gesehen, wo du dann halt auch nix mehr aufschrauben kannst. Wo du dann mit einem Heißluftfön dort sitzt und mit einem Cuttermesser und versuchst das Gehäuse aufzumachen. Da sind 5000 Nasen, keine Wartungsklappe, um irgendwas zu tauschen. Und das Geilste, find ich ja, wenn jetzt Hersteller anfangen, den einen RAM-Riegel auf der Innenseite zu verbauen, dass du das Mainboard rausnehmen musst. Und auf der anderen Seite kannst du dann einen tauschen. Was ist das für ein Bullshit, bitte? Ja. Aber. Ne, also da gibt's die dollsten Sachen. Ähm, aber klar, das machen die natürlich, damit du dir ein neues kaufst. Klar, logisch, aber. Ja, aber es ist einfach. Naja. Ja. So, da sind wir jetzt vom Thema IBM zu Notebooks gekommen. Heute geht's ja schon wieder lustig zu. Ja, wir müssen ja auf unsere drei Stunden. Man kennt es. Genau. Irgendwie müssen wir ja den Tech-Talk füllen. Gut, dann mach ich gleich mal mit meinem Thema weiter. Ich hab mir was rausgesucht, was rausgepickt, was eigentlich ganz interessant ist. Das nennt sich WireGuard VPN. Ist noch relativ neu. Ist auch noch alles so ein bisschen in den Kinderschuhen. Äh, da geht's um eine moderne und schnelle VPN-Software. Die gab's halt bisher nur so im Linux, macOS und Android, iOS-Bereich. Ähm, und die kommt jetzt auch so Richtung Windows. Das alles ist immer noch im Alpha-Beta-Status. Also nix, was man jetzt so unbedingt produktiv einsetzen sollte. Es sind auch noch keine Security-Audits durch. Also noch keine, äh, Experten, die sich von der Security-Seite versucht haben, da mal reinzuhacken und so weiter. Ähm, aber der große Vorteil von diesem WireGuard VPN ist erstmal, er ist super leicht einzurichten. Ähm, dann der andere Vorteil ist, er soll noch mal ein Stück weit sicherer sein als die bisherigen IPsec OpenVPN und so weiter. Ähm, und vor allem er soll halt dadurch, dass alles im Betriebssystem im Kernel integriert ist, soll alles auch viel weniger, äh, Performance brauchen und damit halt dann auch den Mobilgeräten auch viel weniger Akku. Und diese ständigen, ähm, Pakete, die zum Beispiel bei einem normalen VPN geschickt werden, äh, diese Hardbeat-Pakete oder, ähm, die halt die Verbindung aufrechterhalten, die fallen da weg. Das heißt also, wenn ich jetzt bei meinem Android-Smartphone einen VPN aufbaue und den lasse ich laufen, weil ich sage, ja, okay, alles soll über den VPN gehen, dann ist der Akku relativ schnell leer, weil halt irgendwann, äh, ja, dass das einfach so viel Akku saugt, äh, dass die Leistung einfach, ja, oder der Akku die Laufzeit halt einfach mal halbiert oder viertelt oder so. Ähm, und das soll da nicht mehr der Fall sein. Deswegen ist es halt ein sehr spannendes Produkt. Jetzt gibt's den Client für Windows und, ähm, ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergehen wird. Ich halte das auf jeden Fall für eine sinnvolle, äh, Lösung, um eben solche mobilen Endgeräte oder vielleicht zukünftig auch mal IoT-Sachen über VPN einzubinden. Ähm, und wenn's da irgendwas Neues gibt, dann werden wir das, denke ich, auch im Tech-Talk mal mit, äh, mit thematisieren. Aber aktuell ist eben jetzt diese Beta angelaufen oder diese Alpha und das Ganze sieht schon sehr interessant aus. Und gucken wir mal, würde ich sagen. Gut. Gucken wir mal, würde ich auch mal sagen, in Richtung Georg. Du hast dir ja noch ein anderes Thema rausgesucht. Genau, da gab's nämlich einen Hacker, der hat von, äh, GPS-App, äh, hatte, oder von den GPS-Trackern hat er eben, äh, das Passwort geknackt, weil es einfach bloß so ein Bildu-Passwort war, wie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Ja, geil. Und die Sache ist, äh, du kannst eben die, also, schauen, wo die sind, die Leute. Und wenn das Auto, ähm, relativ langsam ist, also unter 20 kmh, kannst du gar den Motor damit abstellen. Geil. Alles klar. Es gibt ja, ähm, ähm, oder es gab ja damals auch das Problem mit dieser Fitness-App, Strava war das, glaube ich, damals mit den Soldaten, die sie rausgekriegt haben, wo die, äh, ihre Base haben. Ist halt auch blöd, ne, wenn da da irgendwelche Tracker dann, äh, äh, sind das in Autos integrierte Tracker oder, oder was für Tracker waren das? Ah, das habe ich jetzt auch schnell nicht gelesen. Aber, ähm, die Sache ist, dass es auch teilweise Firmen benutzen. Genau. Also, um praktisch die, die, ja, Firmenwagen zu überwachen. Und, ähm, ja, das wird, glaube ich, auch nochmal interessant, wenn dann diese ganzen, ähm, Car-Connect-Systeme, wenn die dann alle am Start sind und da mal dann solche Server geknackt werden, da kann man, glaube ich, auch interessante Sachen rauslesen. Also. Ja, äh, da gab es doch auch jetzt irgendwie, glaube ich, vor ein paar Monaten den Fall, dass sie da irgend so so einen GBS-Tracker für Kinder und Leute, glaube ich, irgendwie, oder normal, äh, Leute geknackt haben. Ja. Wo dann auch irgendwie, das war irgendwie so ein totales Spillo-Ding, weil du irgendwie, glaube ich, nur ein richtiges Passwort gebraucht hast und eine URL und hast dann die, die, die ganze, äh, also die ganzen Karten von dem ganzen Zeug einsehen können. Ja. Ähm. Ja, es ist halt solche Unternehmen, die, äh, verstehen scheinbar auch nicht, äh, dass sie halt hochkritische Daten beinhalten können. Also in Kombination mit anderen Daten kann das halt unter Umständen schon sehr kritisch sein. Ich meine, klar, die, die nackten GPS-Daten an sich, äh, betrachtet, die sind jetzt erstmal uninteressant, aber in Kombination mit, ich weiß, welche Firma das ist und ich weiß vielleicht auch, welche Mitarbeiter da drin sitzt und was transportiert wird oder so, können diese Daten halt trotzdem sehr interessant sein, wenn man die in die Hände bekommt. Oder auch, äh, ich denke jetzt mal gerade an Firmen, die sowas benutzen wie, äh, Geldtransporter, wenn man solche Abläufe dann einfach sieht, okay, der fährt immer die gleiche Route und so, das ist natürlich für, äh, Leute, die, sag mal, Böses im Sinn haben, ist sowas halt sehr wichtig, solche Informationen, dass die diese Abläufe kennen einfach. Das Problem sehe ich ja zum Beispiel jetzt in Europa ist es eher weniger, aber du hast ja dann in so Ländern wie, keine Ahnung, Mexiko und so weiter, hast du ja teilweise halt eh schon Leute, die, äh, oder reichere, äh, super reiche und so weiter, die dann, ähm, nicht zweimal am Tag dieselbe Route mit dem Auto fahren, weil sie halt, keine Ahnung, sonst gekippt, nicht umgebracht oder, äh, sonst was mit denen gemacht wird. Ja. Und, äh, da sehe ich dann auch ganz relativ große Probleme, wenn du da mal Zugang hast und, keine Ahnung, weißt halt, äh, der Benz... Scheich Abdul fährt immer mit. Wollte gerade sagen, Scheich Abdul, aber das muss ja nicht mehr so sein, das reicht ja auch schon, keine Ahnung. Der Benz wird vom, vom Sicherheitstypen der Firma gefahren, äh, ja. Ja. Der wird wahrscheinlich auf dem Telefon, äh, trotzdem mal interessante Daten und Zeug haben. Und, äh, der, der, ich sag jetzt mal, der, der durchschnittliche europäische Kriminelle ist ja da, äh, vielleicht auch noch ein bisschen eine höhere Hemmschwelle, als wenn du jetzt in irgendwelchen Staaten hast, wo du halt wirklich nichts zu verlieren hast. Ja, das glaube ich auch. Ja, also, da wird man noch in Zukunft leider wahrscheinlich noch einiges hören in dem Bereich und, äh, bin mal gespannt, wohin das führt, weil Sicherheit ist halt immer was, wo viele Hersteller sagen, hm, naja, das machen wir am Ende. Und dann, ach, naja, also, es funktioniert ja, also, ach, machen wir irgendwann mal. Wir bringen jetzt erst mal das Produkt raus. Wir haben ja keine Zeit mehr, weil die Entwicklung hat ja schon so lange gedauert. Oh Gott. Und lass uns erst mal damit auf den Markt gehen, das können wir immer noch patchen. Kann ich sowas schon erzählen, aber ich darf leider nicht. Ja, das ist halt blöd, ne? Ja. Ja, das ist halt blöd. Mit dem guten alten Sicherheit und keine Zeit mehr ist halt dann auch so das Ding. Wahrscheinlich, äh, sitzt dann auch die, die Geschäftshaltung im Nacken und dann heißt so, die App soll aber letzte Woche fertig sein. Mhm. Ja, genau. Besser gestern als heute, ja, ja. Ach ja, ich stelle mir das gerade so vor, wenn, wenn David sitzt hier so dort und will was erzählen, auf einmal stürmt so eine Spezialeinheit von seiner Firma rein und reißt ihn während des Podcasts vom Rechner. Nein. Da habe ich gerade so Bilder im Kopf. Nee, es wird erst mal die Leitung abschalten, dass du es dann mittrickst. Oder so, ja. Nö. Du hörst dann ja so einen Knacken. Ja, du bekommst einfach mehr Sachen mit, wo du dich einfach nur in den Kopf fassen kannst. Ich würde es so gerne erzählen, aber ich kann es halt einfach nicht. Ja, ja, nee, aber ich habe jetzt gerade so... Oder wie bei Narcos, auf einmal steht einer mit einem Kartoffelsack hinter ihm und schlüpft ihn so über den Kopf. Na, egal. Ähm, das ist ein Zeichen dafür, dass man zu viel Netflix guckt. Ähm, ja. Ja, gut. Gut. Dann mache ich mal weiter. Weiter im Text. Genau. Aber mit einem anderen Thema. Ja, indirekt. Ich habe gerade noch dazu was Spannendes passend dazu rausgefunden. Ähm, und zwar, ja, finde ich auch wieder sehr lustig. Betrifft natürlich wieder die Bayern, aber auch Brandenburg. Denn die speichern, äh, Kfz-Kennzeichen-Scanning auf Vorrat. Ähm, die Bayerische Polizei hat mehrfach Nummernschilder sämtlicher Fahrer auf Autobahnen über Stundenlang. Einfach nur, weil, keine Ahnung, das hat sich halt zufällig auf Aufnahme geschaltet, so ungefähr, aufgezeichnet. Die Daten werden gespeichert und nicht ausgewählt. Der Mausabgabe. Ja, wahrscheinlich, ne. Ist der Beamte wieder eingeschlafen, ja, ne. Ähm, ja, auf jeden Fall, die, sie sind auf jeden Fall ohne konkrete Verdacht einfach aufgezeichnet worden. Ähm, und es ist wohl so, dass Gerichte auch wiederholt schon klargestellt haben, dass es ganz klar ein Verstoß gegen das Grundgesetz ist. Es sei denn, ähm, es wird vor Ort ein visueller Abgleich von betrauten Polizeibeamten quasi erfolgt. Und dann werden die Daten gelöscht. Und ich meine, das ist natürlich schon auch wieder so eine Nummer. Das erinnert mich auch so ein bisschen an, gab's doch hier auf dem, ähm, 35 CDI, oder so hieß er doch, vom Carlos Computer Club mit der Vorratsdatenspeicherung von der Mobilfunkzellenauswertung, dass der, der, ähm, Betroffene, also wir halt, davon gar nichts mitbekommen, ne. Da werden die Daten wieder irgendwo gespeichert, ohne dass es irgendeinen Verdacht gibt, oder es werden generell alle erstmal unter Generalverdacht gestellt. Und keiner weiß so richtig, wo wird das gespeichert, wie lang wird das gespeichert, wer schaut, dass es gelöscht wird. Ja, ich meine, wir wissen ja alle, ich meine, in Ländern, wo viele Daten gesammelt werden, da passieren ja keine Straftaten. Ich meine, guck dir mal die USA an, was die, die NSA für Datensätze hat, bei denen passiert nie was. Oder in den ganzen autoritären, äh, Bereichen, da, da passiert auch nie was. Deswegen, äh, hey, lasst uns einen Überwachungsstaat. Oder ich, in Großbritannien war ja auch das Thema mit den Überwachungskameras. Die haben ja an, die haben ja wirklich, bei den öffentlichen Plätzen wird jeder Pflasterstein mit einer eigenen Überwachungskamera bewacht. Ja, bei denen passiert aber auch ständig irgendwas und die Kriminalität ist sehr hoch. In China funktioniert es halt, weil wenn du da halt aus der Reihe trittst, äh, glaube ich, sind so, äh, hab ich so das Gefühl, dass die mittlerweile so weit sind, dass du einen persönlichen Drohnenschlag gegen jeden Zivilisten ausbekommst. Ja, das ist, das ist schon heftig. Auf jeden Fall fand ich das halt wieder gerade ganz passend, weil der Georg mit den GPS-Trackern angefangen hat. Das Kennzeichen-Tracking mit eigener Software ist halt jetzt auch schon hier, ja, voll am Start. Voll am Start. Genau, jetzt aber zum eigentlichen Thema, was ich auch noch hatte, äh, was ich auch wieder sehr, sehr, naja, kontrovers finde. Unity Media darf private Router zu Hotspots machen. Also wenn ihr Unity Media Kunde seid, schaut mal vielleicht nach, ob bei euch vom, äh, ausgelieferten, äh, Router, was auch immer, dass wir die für die Endgeräte verwenden, nicht irgend so ein zweites Gast-WLAN öffentliches läuft, weil Unity Media darf einen öffentlichen Hotspot auf den heimischen Routern aktivieren, den halt Dritte außerhalb der Wohnung nutzen dürfen. So ein bisschen wie Freifunk, was es mal gab oder weiß nicht, ob es es immer noch gibt. Gibt's noch. Gibt's noch, aber das ist halt die kommerzielle Variante, sag ich mal, ne? Genau, ja. Und, ähm, ja, das wurde damit begründet, weil die Kunden könnten ja Widerspruch einlegen und man könnte es ja ausschalten, finde ich. Gut, das Ding ist halt, die Dinger werden damit ausgeliefert. Ja, genau. Also, finde ich halt ein bisschen, hm, also, nicht so geil, ne? Also, ganz ehrlich, auch wenn ich das ausschalten kann, dann gibt's vielleicht Leute, die, also, es gibt ja ganz viele, die verstehen davon ja gar nicht. Die bekommen das Teil, da muss vielleicht jemand kommen, der richtet das ein. Ja. Die sind froh, wenn sie ihr Handy gerade ins WLAN bekommen. Ich meine, so ein großer Anbieter mit zwei Zahlen und einem Sonderzeichen bieten jetzt auch diesen Service an, dass man sein WLAN-Gerät, also sein Gerät ins WLAN bringt. Also, daraus lässt sich ja schließen, dass ja wohl der Markt da ist an Leuten, die davon keine Ahnung haben, was ja auch nicht schlimm ist, aber dass das dann läuft und ich meine, du weißt ja auch nie, wie sicher ist das Ganze. Wenn du das selber machst, irgendwie als IT-Sys-Admin, du bist der, dich der Gefahr gewusst, du weißt, wie du das absicherst. Aber dann gibt's nachher irgendeinen Zero-Day-Exploit auf dem Router, der ist nicht gepatcht. Die werden ja teilweise auch nur sehr unsporadisch gepatcht oder Updates geliefert und nachher kannst du dann vielleicht doch über dieses offene WLAN auch ins Heimnetzwerk rein. Boah. Also, das sehe ich kritisch. Ich sehe da noch einen anderen Punkt. Das ist halt, wenn man so viel mit einem Juristen sich unterhält. Zum Beispiel die Haftung bei der IP-Adresse. Wenn jetzt jemand Scheiße über deinen Anschluss baut, wird ja nach außen erst mal die eigene IP-Adresse angezeigt oder zeigen die da eine extra IP an? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann für diesen Hotspot eine eigene IP-Adresse hast. Beim Freifunk ist es ja so, da gehst du dann über VPN zu einem Freifunk-Server. Der Freifunk-Server, der gehört den Verein an. Der Verein hat unter Umständen das Provider-Privileg, dass er nicht dafür haftet, für das, was über seine Leitung geht, wird sich ja mit Artikel 13 vielleicht auch ändern. Und das ist ja ein Riesenvorteil, wenn du zum Beispiel dieses Freifunk-Netz benutzt, was ja mehr oder weniger ein freier Verein ist und keine kommerzielle Organisation. So, und dann ist noch das Thema klar, das sind zwar nur Peanuts, aber Stromverbrauch. Natürlich, wenn jetzt jemand über deinen Anschluss mitsurft, braucht dein Router natürlich mehr Strom, als du eigentlich nutzen würdest, wenn du den für dich selbst nur benutzt. Und natürlich, ich meine, die Bandbreite, die gibt dir ja auch keiner wieder zurück. Ja, wobei, also ich lese mal ganz kurz die Passage. Die öffentlichen WLAN-Zugungspunkte sind nach Angaben des Anbieters technisch vom WLAN getrennt, für das die Kundin oder der Kunde zahlt und haben keinen Einfluss auf die gebuchte Bandbreite. Für Rechtsverstöße haftet Unity Media. Die Hotspots sind nur für Kunden von Unity Media zugänglich, die ihren eigenen Router zur Verfügung stellen. Oder zwangsweise. Aber, na ja. Ja gut, ich sag mal so, rein technisch, wenn dein Anschluss... Ich meine, die Telekom macht ja was ähnliches, ne? Also bei denen ist es aber, glaube ich, von Anfang an deaktiviert. Also bei dem letzten Telekom-Router, den ich hatte... Genau. ...ist dieses WLAN to go, heißt es, glaube ich, bei der Telekom. Ähm, das war einfach deaktiviert. Man hätte das aktivieren müssen, damit man da dran teilnimmt. Ähm, und bei denen ist es zum Beispiel so, dass du dann auch wirklich eine eigene IP-Adresse bekommst, wenn du dich da einwählst. Also du hast nicht die IP-Adresse von dem Anschluss. Rein technisch gesehen, um mal auf die Bandbreite wieder zurückzukommen. Ich habe einen VDSL-Anschluss oder Vectoring oder Super Vectoring, ist ja egal. Aber da habe ich eine vordefinierte Bandbreite, die vom DSLAM an mein Modem geht, an meinen Speedport. Wie bitte, wie soll der Provider dann, wenn ich meine 250 MBit, was ich hier als Super Vectoring-Kunde habe, voll ausreize? Wie soll dann bitte der, ähm, oder wie soll bitte sichergestellt werden, dass der Anschluss, ähm, der WLAN-Anschluss oder der WLAN-Kunde das nicht beeinträchtigt? Wenn physikalisch nur 250 MBit da sind, die teile ich mir doch. Äh, wie soll das funktionieren? Also ich halte das für Humbug, was die da schreiben, ganz ehrlich. Ja, absolut. Wenn ich nur eine 250 MBit-Uplink habe, dann wird von den 250 MBit das weggenommen. Wie soll das sonst funktionieren? Also, völlig erschmarren. Aber gut, egal. Was wiederum cool ist, und da verstehe ich wieder das Projekt von Unity Media. Gehen wir mal davon aus, du ziehst in eine Wohnung und du siehst, hey, dein zukünftiger Nachbar, der hat so einen Unity Media Gedöns. Dann kannst du so lange, bis dein Anschluss kommt, kannst du dann das WLAN mitbenutzen. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ohne, dass du Nachbarn vorher fragen musst. Weil du kannst, du siehst es, wählst dich ein und kannst darüber surfen. Ist halt so ein Ding, weißt du, das ist halt wieder schön für dich als Endverbraucher. Aber für denjenigen, der den Anschluss bereitstellt, ist es halt, naja, man weiß es nicht. Aber viel besser wäre es doch, wenn sich Leute freiwillig dafür entscheiden und sagen, hey, ich mache jetzt hier Freifunk. Das ist übrigens meine Empfehlung, wenn ihr sagt, hey, ich möchte, ich wohne vielleicht in der Stadt oder so und ich habe kein Problem damit, wenn andere Leute meinen WLAN benutzen, vielleicht sogar auch Freunde oder Flüchtige Bekannte. Dann mein Tipp an euch, holt euch so einen ganz günstigen, also die sind wirklich günstig, so unter 50 Euro. Kriegt mal so einen Router, der freifunktauglich ist. Geht auf die Freifunk-Website, flasht da dieses Betriebssystem drauf und dann habt ihr ein freies WLAN. Ihr haftet nicht dafür und ihr könnt dann eure Nachbarschaft oder auch Leute, die bei euch mal zu Besuch sind, WLAN bereitstellen, ohne dass ihr ein schlechtes Gewissen habt. Weil, wie gesagt, der Traffic geht zwar über euren Anschluss, aber geht erstmal in ein VPN und dann auf einen Server vom Freifunknetz. Und alles, was die Leute machen, passiert halt über die IP-Adresse von diesem Freifunknetz. Also ihr seid da völlig aus der Haftung raus. Und das ist die Empfehlung, die kann ich jedem geben, der sowas bereitstellen möchte. Ob das jetzt in einem, meinetwegen auch, ihr habt einen kleinen Laden oder so, ihr kennt jemanden, der einen Laden hat, stellt so einen Freifunkrouter auf. Mein Tipp, dann habt ihr Ruhe, dann müsst ihr euch um nichts kümmern, das Ding läuft einfach. Da kümmert sich ein riesen Verein dahinter, der kümmert sich darum, dass die Server laufen, dass es abgesichert ist. Und ihr habt dann für eure Kunden oder eure Freunde, Besucher, wie auch immer, habt ihr dann WLAN. Das ist, glaube ich, die einfachste Variante. Und ihr könnt es gleich noch werbetechnisch ein bisschen nutzen, dass ihr sagen könnt, hey, wir unterstützen das Freifunknetz. Macht sich auch marketingtechnisch, glaube ich, ganz gut. Ja, so ist es. Kurze Frage. Ich habe noch ein ganz cooles, kurzes Quiz gefunden. Wollen wir das später machen? Oder soll ich das auch jetzt noch raushauen? Ach komm, hau raus. Hau rein, hau rein. Quiz ist immer gut. Gut, dann, also, erste Frage. Volkswagens neuer Elektrowagen soll Elektromobilität massentauglich machen. Wie heißt er? Ist es der Pin Punkt 2, der ID Punkt 3, der IP Punkt 7 oder der AI Punkt 1? Ich würde das Ding mit der ID sagen. Ja, hört sich sinnvoll an. Ja, okay. Keine Ahnung. ID 3 ist richtig in dem Fall. Gut, nächste Frage. 7.000 Bitcoins wurden aus der Kryptogeldbörse Binance gestohlen. Wie viel waren sie zum Zeitpunkt des Diebstahls wert? 86.000 Euro, 216 Millionen Euro, 36 Millionen Euro oder 400.000 Euro? Die Frage beantworte ich jetzt einfach mal nicht, weil ich glaube, mich sonst mal aus will da rausschmeißen. 7.000 Bitcoins? Wie viel waren sie wert? 286.000 Euro, 216 Millionen Euro, 36 Millionen Euro oder 400.000 Euro? Ich sag 36 Millionen Euro. Ich sag auch Millionen, weil 1000 ist zu wenig. Ja, 1000 ist zu wenig, ich würde auch die Millionen sagen. 36 Millionen. Ja. Ha, richtig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, bam. So, bam. Die ursprüngliche Fassung von Minecraft ist jetzt im Browser spielbar. Wie alt wird das Spielephänomen jetzt? Ich glaube, 10 Jahre. Oh Gott. Darf ich Felix anrufen? Ich glaube, ich habe da was gesehen. Ich würde nämlich auch 10 Jahre sagen. Loggen wir 10 ein? Keine Ahnung. Ja, machen wir 10. Jawohl, 10 Jahre, das stimmt. Ich habe mich auch daran erinnert, als ich irgendwann in der allerersten Alpha schon mitgespielt habe. Gut. Oh Gott, unser Server von damals. Oh ja, oh ja. Und wo wir alles mit Schwämmen auskleiden mussten. Ja, genau. Wo der damit irgendwie mal den Server ... Ähm. Genau. Oder wo Nico einmal ... Ja, ja, wo einmal Nico den einen Stein weggekloppt hat und es die ganze Map war überschwemmt. Die ganze Map war überschwemmt. Na gut. Ach ja. Also, unter hybrider Kriegsführung versteht man Cyberangriffe auf Bundeswehrserver, gezielte Meinungsbeeinflussung in sozialen Netzwerken, irreführende Werbeanzeigen im Netz oder Cheaten in Mehrspiel-Shootern. Bestimmt das Letztere. Hybride Kriegsführung. Hybride Kriegsführung wäre für mich bei Cheaten in Mehrspiel-Shootern, wenn du auf dem Handy den Cheat eingibst und dann, ja. Hybride Kriegsführung. Hybride Kriegsführung. Ja, oder wenn du hier Stream snipest, kannst du auch noch ... Also, was nehmen wir da? Ja. Ich würde die Cyberangriffe sagen. Die Cyberangriffe auf Bundeswehrserver? Ja. Ja. Das ist leider falsch. Die gezielte Meinungsbeeinflussung in sozialen Netzwerken. Ja, gut. Hätt's auch sein können, ja. Dann nächste Frage. Wie heißt die neue Streaming-Plattform von ProSieben, Sat.1 und Discovery? Heißt die Join, ProFlix, 7TV oder Opt-in? Ja. 7TV. Würde ich auch sagen. Was? Das weiß ich sogar ziemlich. Das ist falsch. Die heißt Join. J-O-Y-N. Ja, aber es gibt doch die 7TV-App. Es hat ja auch geheißen Neue. Ich lese nur die Frage vor. Hä? Ah. Ja, die Neue, genau. Okay, ja gut. Ja, gut. Ich werde halt. Okay. Ähm, nächste Frage. Die meistgenutzte ... Das ist spannend. Die meistgenutzte Android-Version ist ... ... ... ... ... ... ... Ich sag Nougat. Ich sag Nougat. Ich sag Nougat. Ich sag Nougat. ... ... ... ... ... ... Das ist aber krass, weil ich ... ... ich denke halt auch immer, dass so viele Leute mit so einer alten Version noch rumlaufen. So alt ist die ja gar nicht. Stimmt, ja. Die andere Frage ist halt auf was die ... ... auf was sie jetzt bezogen haben. Ob nun mit Mobiltelefone oder halt also ... ... alles was dann auf Android läuft. Ja. Gute Frage. Weil Android läuft ja auch so gut wie Alm und ein Toaster. Das stimmt. Ja. Ja gut, dann. Google hat auf der I.O. sein bisher günstigstes Smartphone vorgestellt. Es heißt Galaxy Nexus 2U, Pixel 3a, Nest 5i oder Nexus 6P. Das zweite. Also ich würde auch sagen Pixel, weil die Serie ist ja vorher auch schon Pixel. Warum sollen sie es jetzt umbenennen? Ja. Nest ist ja diese ganze I.O.T. Genau. Hausautomations Home, Smart Home Sache. Also das hat ja damit nichts zu tun. Jawohl, Pixel 3a stimmt natürlich. Nichts anderes hätte ich erwartet. Deutsche kaufen 2018 erstmals mehr mit Karten ein als mit Bargeld. Wie groß war der Vorsprung? Zwei Prozentpunkte? 32? 0,3? 17 oder 0,3? Wir Deutschen sind ein Bargeldland. 0,3? Ja, also ich glaube nicht so viel. Ja, ja. Sehr konservativ, was sowas angeht. 0,3 Prozentpunkte ist richtig. Also ganz knapp überholt. Ja. Aber das war überall in den Medien und da haben so viele Leute drüber diskutiert, wo ich mir gedacht habe, hallo, das macht doch keinen Sinn bei dem bisschen was da an... Vergleich das mal mit den anderen Ländern. Aber da hatten wir erst in einem anderen Podcast drüber geredet vor drei Folgen oder so. Das wäre jetzt auch geil. Also ehrlich widerspricht sich das. Google hat Maßnahmen vorgestellt, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Welche gehört nicht dazu? Erstes, der Google Assistant kann künftig auch lokal ausgeführt werden. Google Maps bekommt einen Inkognitur-Modus. Kommende Google-Handys haben keine Mikrofone mehr. Oder Chrome soll Fingerprinting erschweren. Ja, weil das ist absolut kein Mikrofon. Wir nehmen kein Mikrofon, oder? Ich meine, das wäre total dumm, weil du könntest ja nicht mehr telefonieren. Du musst dann ein eigenes Mikro anschließen. Genau extern. Bitte schießen Sie jetzt die Mikrofone an. So. So ein Studium-Mic einfach mal anschließen. Letzte Frage. Erstmals haben Angestellte eines großen Spieleentwicklers gestreikt. Die Riot-Mitarbeiter protestierten gegen entweder lange Arbeitszeiten, eine Vertragsklausel, eine Entlassungswelle oder ausbleibende Gehaltszahlungen. Vertragsklausel war es tatsächlich. Ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr, was genau... Okay. Ja, Vertragsklausel auf jeden Fall, das weiß ich. Vertragsklausel? Dann... Hatten die nicht auch mal ein Sexismusproblem irgendwie? Nee, das war der YouTuber, der jetzt in den Knast gekommen ist, oder? Nee, da gab es aber auch eine IT-Firma oder eine Entwicklerfirma, die da irgendwie in den Schlagzeilen waren. Okay. Ist egal. Wir nehmen mal die Vertragsklausel, oder? Ja. Äh, ja, ja, ja. Richtig, natürlich. 89 Punkte. Juhu! Sie haben mehr als 45 Prozent der Punkte der Teilnehmer erreicht. Ja. Soviel zum kurzen Quiz. Ah, Moment, hier, ich habe nochmal gerade recherchiert. Die kritisierte Klausel soll entfernt werden. Ja, darüber hinaus hoffen die Angestellten, dass sich auch etwas an der Einstellung des Managements ändert, was sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und Diskriminierung angeht und dass Mitarbeiter mit mehr Respekt behandelt werden. Also das war irgendwie alles... Ja, das ist schon eine krasse Geschichte. Ja. Gut, dann... Ach so, warte. Genau, ich hole mal meine Themen zurück. Da geht es in eine Zwangsschlichtungsklausel darum, dass die Angestellten ihren Arbeitgeber nicht verklagen können. Jupp. What? Alles gut. Interessant. Die Frage ist halt, ob sowas wirklich nicht haltbar ist, aber da müssen wir jetzt unseren Juristen... Juriko! Juriko! Dann kommen wir mal wieder zu einer... Gehen wir mal nach Russland, von einem Unrechtsstaat in den anderen, wenn wir schon mal bei bekloppten Politikern sind. Nein. Es geht um russische Hacker, die behauptet haben, 30 Terabyte von den größten US-amerikanischen Antivirenherstellern, man kann sich ja denken, wer das ist, erbeutet haben sollen. Es gibt ja, also wenn man die Großen anguckt, da gibt es ja nur so ein paar, wie McAfee, Salmantec, und... Ja, was gibt es denn da noch? McAfee, Salmantec, Komodo, glaube ich, ist ja noch so eine amerikanische Bude. Das sind, glaube ich, die großen AV-Hersteller. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Oder gibt es noch andere? Okay. Ne, das ist Slowenien, irgendwie Osteuropa oder sowas. Bulldog, Bulgard oder... Bulgard ist Dänisch. Ne, also das müssen eigentlich die sein. Klar, also es gibt keine Fakten, genau wer das ist. Es gibt aber eine New Yorker Security Firma, die Advanced Intelligence, die haben Kontakt zu diesen FX-MSPs, das ist diese russische Hackergruppierung, die eben behauptet, sie haben bei ihren Angriffen, ähm, ja, diese 30 Terabyte Daten erbeutet aus den Netzen dieser, äh, Security-Firmen. Ach ja, FireEye könnte es auch noch sein, die stellen aber weniger Virenschutz her. Also ich glaube eher, das ist Salmantec McAfee. Also die beiden auf jeden Fall, ähm, kann man eigentlich sagen. Und, ähm, ja, und da haben die eben diese 30 Terabyte Daten erbeutet. Und, ähm, die Firma FireEye, die, ähm, in der Vergangenheit dieser Hotelkette, also dieses Marriott Hotel, wir haben ja auch in dem Podcast drüber geredet, die wurden ja gehackt. Und die vermuten, dass diese gleiche Hackergruppierung, ähm, eben, ja, hinter den Marriott-Angriffen auch steckt. Und da deutet einiges darauf hin. Und da geht es dann auch um Active Directory Passwörter. Also diese Angreifer haben sich scheinbar ziemlich lang im Netzwerk dieser AV-Hersteller aufgehalten. Das ist natürlich auch sehr geil. Da hoffe ich mal, äh, dass da nicht so viele Daten von irgendwelchen Kunden auch noch in diesem, ähm, ja, in dem Netzwerk waren. Man weiß dann natürlich meistens nicht, was der AV-Hersteller so alles, äh, zu den eigenen Servern schickt. Und das hier ist halt alles in Gefahr dann. Also diese Daten sind natürlich dann unter Umständen auch in den Fängen dieser Angreifer. Und, ähm, ja, was man da vielleicht daraus lernen kann, also es ging natürlich auch da drum, den Quellcode dieser Software zu bekommen, um, äh, die eigene Malware, äh, ein bisschen resistenter gegenüber den AV-Scannern zu machen, äh, und natürlich um einiges zu lernen. Wie machen die das? Wie erkennen die irgendwelche Schadsoftware? Und, äh, jetzt haben die, äh, Angreifer sich auch so ein bisschen verraten, indem sie diese Daten eben zum Kauf im Darknet für 300.000 US-Dollar angeboten haben. Und, äh, diese Advanced Intelligence, ähm, hat eben mal zum Schein sind die einfach mal auf dieses Angebot eingegangen und haben dann eben mal geguckt, äh, wer steckt denn dahinter und haben sich da mal ein bisschen schlau gemacht. Und es ist wohl so, dass die sich auch mal bei einem Angriff, ähm, gerade bei diesen Marriott Hotels dann so ein bisschen auffällig verhalten haben, wo dann eben, äh, FireEye, äh, dahinter gekommen ist und, äh, eben gesehen hat, okay, das ist höchstwahrscheinlich diese Gruppierung. Aber da sieht man mal wieder, ähm, dass mittlerweile auch Angriffe, sagen wir mal bei Lieferanten, wenn ich jetzt in einer Firma bin und setze so einen Virenschutz ein, äh, dass der Angriff nicht unbedingt direkt auf meine Firma erfolgen muss, sondern die kann auch einfach auf einen Lieferanten erfolgen und dadurch, äh, habe ich dann selber Probleme. Also sowas kann natürlich auch passieren und, ähm, aber da kann man relativ wenig machen. Also man kann, klar, man kann gucken, okay, ist es ein seriöser AV-Hersteller oder allgemein ein seriöser Lieferant. Aber ich denke mal, diese Firmen, die Kunden von, äh, ich sag's jetzt einfach mal, McAfee, Symantec und Co. sind, die kaufen ja bei diesen Herstellern, weil die sagen, hey, das sind renommierte Buden, die gibt's schon seit Jahrzehnten, äh, und da hofft man ja dann eigentlich, dass man relativ gut geschützt ist und dann passiert eben sowas. Äh, unter Umständen, es bieten ja immer mehr AV-Hersteller auch Cloud-basierte Lösungen an. Also du kannst dann eben dir den Management-Server als Unternehmen sparen. Du hast dann einfach eine Cloud-Konsole und da verwaltest du deinen Virenscanner drüber. Unter Umständen kann ich dann als Angreifer, wenn ich in diese Cloud-Umgebung komme, äh, den Virenscanner im Unternehmen ausknipsen und kann dann einen Phishing-Angriff oder einen Angriff auf das Unternehmen starten. Und ich weiß, da passiert nichts, weil die Scanner überall ausgeschaltet sind. Wenn die Administratoren das erst zu spät merken, dann ist der Virus schon im Unternehmen, dann ist schon, sag ich mal, die halbe Firma infiziert, äh, weil wir wissen ja alle, Anwender klicken alles an, was nicht schnell genug auf dem Baum ist. Und dann habe ich da eine richtig gute Attacke, die da funktioniert hat. Also man darf das trotz all dem nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Und, ähm, deswegen, also ich meine, ich finde diese Lösungen, also ich bin ein riesen Cloud-Fan, dürfte mich nicht falsch verstehen, aber rein aus Security-Sicht ist sowas halt eben hochkritisch und ich hoffe halt immer noch, äh, das ist immer so eine Vertrauensgeschichte, dass diese Anbieter ihre Kundensysteme einfach nochmal separat abschotten, äh, dass da eben nichts passieren kann, ne? Und die Vergangenheit zeigt halt, dass es kein Einzelfall ist. Also es gab ja schon, äh, mal den Fall, dass Kaspersky im eigenen Unternehmensnetz eben, äh, über Monate hinweg, äh, Malwehr hatte, äh, und es dann erst später bemerkt hat. Und, ähm, das ist halt auch sowas, wo man sagt, hm, das ist schon echt kritisch, aber das wird in Zukunft leider immer mehr vorkommen. Und, ähm, man sieht ja jetzt auch anhand dieser Ticker-Meldung, dass eigentlich jeden Monat immer mehr Security-Sachen aufkommen und ich nehme mittlerweile schon gar nicht mehr alle Themen mit in den Podcast, weil sonst wird der Podcast, äh, was weiß ich, äh, fünf, sechs Stunden lang, weil eben so viel passiert in dem Bereich und das wird leider immer mehr und da müssen wir einfach mal gucken. Äh, es ist auf jeden Fall jetzt, dass, äh, die Bundespolizei und das FBI sind informiert, ja gut, ähm, ob die da was machen können, man weiß es nicht, aber, äh, mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt und ob da nochmal, ich vermute nicht, dass wir davon nochmal was hören werden, ähm, das ist auch bei Kaspersky dann nicht mehr passiert, äh, weil das ist ja auch keine gute PR, da wird sich das Unternehmen wohl kaum freiwillig nochmal melden und sagen, hey, das und das, äh, steckte wirklich dahinter, ähm, aber gut, so ist es halt und, äh, wählt weise bei eurem Virenschutz, aber das Thema werden wir dann nochmal später im Podcast haben. Gut, ähm, wenn ihr nichts mehr zu dem Thema habt, dann würde ich mal weitergeben zum Tobi, zum nächsten Thema. Würde ich weitermachen oder habt ihr noch irgendwas? Okay, ja, dann, äh, haben wir mal wieder Vollidioten zugeschlagen und zwar, äh, hat entweder einer oder mehrere Personen am Frankfurter Flughafen mal wieder Drohnen steigen lassen. Mensch, Felix, startet doch nicht immer deine Drohne am Flughafen in Frankfurt. Und, äh, da muss, äh, es war, glaub, Donnerstag und Freitag und da mussten dann, äh, durchaus auch Flüge umgeleitet werden. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Adam war ja, also unser, unser Kumpel hier von Skyline TV, der war ja auf dem Weg, äh, ich glaub, nach Spanien für Skyline TV zum Drehen. Ja, der musste dann auch erst mal am Boden bleiben, ne? Ja, äh, ich weiß ja nicht, was die Leute sich davon erhoffen. Ähm, alles für den Shot, alles für den, alles für den geilen Film. Das kann schon sein, dass die das alles für einen Money Shot machen, aber, ähm. Ja, das ist, manche, die, die, die sehen halt nur das geile Bild. Ich meine, es sind ja schon Leute wegen einem Instagram-Foto vom Hochhaus gefallen oder so. Äh, und dann, äh, dann, dann sagen die halt, ah, hier Drohne und Flughafen, das gibt geile Bilder. Vielleicht war das irgendwie so ein Leon Machère, der noch für sein neues Rap-Video irgendwie eine geile Szene mit einem steigenden Flugzeug gebraucht hat. Und dann ist der halt mit der Drohne an Flughafen. Was ich halt zuerst sagen muss, das ist halt meistens, äh, mittlerweile hast du es ja schon so weit, dass die Flughafen, äh, Störsender und so weiter und was weiß ich, alles mögliche ersetzen. Und ich frag mich dann aber auch, welche Leute, also der, 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 der ist ja dann, äh, der, der ist ja dann auch eine gewisse, ich sag mal, ähm, Community dahinter. Es, äh, es gibt ja auch Leute, die die Dinge dann wirklich, äh, komplett sich selber zusammenlöten, um dann eben auch so Scheiße zu umgehen. Also, äh, da frage ich mich dann auch, ist es dann eher so, die, ich sag mal, diese, äh, okay, da steht jetzt da drin, glaub ich nicht drin, ob die Dinger selber gebastelt waren oder nicht. Mhm. Ähm. Wenn du halt andere Frequenzen verwendest, als die, die eigentlich zugelassen sind, zum Beispiel die amerikanischen, dann kannst du halt locker wieder sowas machen, wie du schon sagst. Eben, äh, wenn du, du kannst die Dinger ja komplett selber bauen, wenn du halbwegs eine Ahnung von dem hast, was du machst. Ähm. Und der Freie, der Freie Michael Ascher, ist es dann eher so diese, ich sag mal, Anarchisten-Kochbuch-Community, die, die, äh, oder sind es halt dann wirklich einfach nur Leute, die sagen, äh, ja, fuck it, wir bauen die Dinger. Ja. Man wird das ja wohl noch mal machen dürfen, wir in einem freien Land eine Drohne steigen lassen. Das wird auch noch erlaubt sein hier. Ich hab so viel in München auch einen, der das gemacht hat, der ist doch mit dem Ding dann beim Olympiaturm, äh, hochgeflogen und da ist ja so ein Restaurant drin und so Spezialscheiben, der ist dann, weil der Windböe kam und gegen die Scheiben geknallt, die mussten dann die Scheiben darum austauschen. Viel Spaß, wenn, was das kostet, wenn da in irgendwie 170 Meter Höhe die, äh, spezial mit goldbeschichteten Scheiben ausgetauscht werden und der andere Nummer war, das ist ja dann runtergefallen und ungefähr einen halben Meter neben der fünfköpfigen Karine eingeschlagen und hat halt fast ein Kind getroffen. Da denkst du ja auch so, äh. Ja klar, das ist ja auch wieder das Ding, am Flughafen ist ja nochmal gefährlich, die Dinger kannst du dir dann auch nicht einfach, äh, stören und dann fliegt es nicht irgendwo in die Turbine rein, wenn du in die Flugzeuge im Land anfliehst, dann, äh, brauchst Mahlzeit, ne? Wobei ich, ich muss, also ich glaub, bei einer kleinen Drohne, da ist es der Turbine egal, die denkt, ach, Vogel. Ja gut, die, 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 die große, oder die Maschinen sind ja auch renundant gebaut, äh, das ist ja jetzt nicht so, dass da, äh, äh, ein, ein Schaden alles, äh. Es muss schon dumm zugehen, sag ich mal, dass da wirklich alles abraucht bei so einer Drohne, aber es ist halt scheiße für die Fahrgäste und Leute, überlegt fünfmal, wo ihr eure Drohne steigen lasst. Ja, bevor dann, äh, dann wieder Leute kommen und sagen, ja, das dürfte da nur noch auf, äh, irgendwelchen Plätzen, dann ist ja auch scheiße. Also die Dinger sind ja eigentlich da für Landschaftsaufnahmen. Ja, geile Geschichte noch von unserem, äh, geschätzten YouTube-Kollegen vom Felix Barr, das hat er in seinem Podcast erzählt, die Story klau, klau, klau ich ihm einfach mal gerade, äh, der hat erzählt, der war irgendwie bei seiner, äh, äh, Freundin, äh, und jetzigen Frau, ähm, zum Drohnenfliegen, also bei deren Familie und, ähm, jetzt gleich mal das Klischee, äh, anreichern, das ist, die ist halt aus Ostdeutschland und da hat er halt auf dem Feld, hat er halt die Drohne steigen lassen und dann wollte der eine Nachbar oder der eine dort war die Drohne mit dem Luftgewehr runterschießen oder der hat sie runtergeschossen mit der Begründung, oder hat zumindest draufgeschossen, das hat er ihm dann erzählt, ach du warst es mit der Drohne, ja, ich hab gestern, wollte ich die runterschießen, weil ich hab mich beobachtet gefühlt im Garten. Ja, wahrscheinlich ist das so ein FKK, äh, Mensch, der da im Garten dann rumläuft, es ist natürlich blöd, ne, wenn du dann solche Nachbarn hast, die das Ding dann mit der, ähm, ja, mit Luftgewehr versuchen runterzuholen. Ist ja, äh, auch, äh, höchst illegal. Das ist ja genauso in Amerika, äh, keine Ahnung, in den Südstaaten hast du ja die Gesetze nochmal. Ja, aber die kannten das ja nicht, also der wusste ja nicht, was das ist. Das ist klar, aber zum Beispiel in Amerika ist es ja so, dass du selbst in solchen Ländern wie, wie Texas oder, äh, die Dinger nicht runter, äh, runterholen darfst, weil die als Fluggeräte gelten und wie du schon gesagt hast mit der fünfköpfigen Familie, äh, keine Ahnung, lass, äh, dich mal in der, in der Höhe oder in der Position von dem Ding verschätzen und es kommt irgendwo auf der Straße runter und, keine Ahnung, dann erschlägt es die nette Oma von nebenan. Ja. Die, die, die großen sind ja, die größeren Brunnen sind jetzt auch nicht unbedingt leicht gerichtet. Ja, bis zu zehn, zwölf Kilo die großen Dinger, also da kannst ja schon... Ja, ja, und vor allem stelle mal vor, du fährst auf der Autobahn und dir kracht so ein Ding in die Windschutzscheibe, das ist wie ein Stein. Also da, da ist das, das ist eigentlich genau das Gleiche, wie wenn einer von der Autobahnbrücke einen Stein runterwirft. Also das ist auch schon heftig. Also wenn dir sowas in die Scheibe reinknallt, also da, ich befürchte halt, dass das irgendwann mal passieren wird. Ja, klar. Weil, äh, das sind halt auch geile Shots, wenn du mal so auf der Autobahn so sowas, äh, von oben filmst. Das ist so falsch, geile Shots in die Windschutzscheibe. Ja. Ja, klar. Ihr wisst, ihr wisst, was ich meine, ne? Oder dann lass es einfach mal ein Vollidiot mit der Drohne sein, die normalerweise Steine auf Autos werfen. Ja, genau. Ja, Gott, da lass ich doch so Ding einfach mal in den LKW reinfliegen. Ja, naja, also das ist schon echt bekloppt, was da manche Leute machen. Tja, zum nächsten Bekloppten würde ich sagen. Gehen wir mal wieder nach Russland. Nach Strabia. Das ist heute eine russische Folge, gell, Georg? Ich hab mein Wort schon bereit. Und du, Steffen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Na, ich zieh dann die Fellmütze auf. Ich schau jetzt mal in Wut, Carlos. Ja, ja. Erstmal alle Geschichten wieder auf die Schichtkiste gepackt. Polka, 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 vom Ring bis an die Volga. Ja, äh, den Putin hat verstoßen. Ja, Russland bekommt jetzt, äh, sein eigenständiges Internet. Internet, also, äh, China, alles wird jetzt, äh, also der ganze Internetverkehr von Russland wird jetzt über eigene Server gelenkt. Das klingt im ersten Moment klingt es ja, also ohne den Zusatz wird über eigene Server gelenkt, äh, klingt es erstmal vielleicht sogar positiv, weil man sagt, okay, äh, eigenes Internet, eigene Infrastruktur ist ja nie verkehrt gegen Ausfälle und so weiter. Aber es geht hier wirklich rein um Zensur. Das muss man sich einfach mal klar machen, ne? Also, äh, das geht über die Server der Regierung. Das heißt, jeder, der irgendwas außerhalb von Russlands aufruft, wird getrackt über die Regierung. Und, äh, wenn man sich Russland mal anguckt, dann würde ich sagen, dass vieles dort vielleicht nicht so ganz demokratisch zugeht wie bei uns. Ich meine, wir sind auch auf dem besten Weg langsam mit Artikel 13 dahin. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wenn ich irgendwas aufrufe, dass, sag ich mal, dass es über den Server des BSI geht, äh, und die mitkriegen, hey, der Kolb, der ruft schon wieder mal YouPorn auf. Ähm, so weit sind wir noch nicht. Deswegen, äh, das ist einfach heftig. Also, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, und da gab es ja auch, äh, Proteste dagegen. Also, vor einigen Wochen sind da Leute auf die Straße gegangen, zu Recht, im März war das, glaube ich, und haben dagegen, äh, demonstriert. Und man muss sich das auch mal überlegen, was es an, an Geld kostet, diese Infrastruktur bereitzustellen. Überleg mal, du müsstest den deutschen Internet-Traffic, ich meine, ich weiß nicht, wie, wie viel in Russland übers Netz geht. Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie in Russland und ich, ich kenne ein paar Russen, aber die sind mittlerweile so deutsch, die sind deutscher als manche Aslak-Deutsche. Ähm, deswegen, weiß ich nicht, wie viel Traffic läuft denn da wirklich über die Server von, äh, von diesen Proxy oder was da immer aufgebaut wird. Das ist schon echt heftig. Ja, aber die Gefahr, oder die größte Gefahr ist ja halt auch, dass halt Russland einfach sagen kann, ja, die Internetseite gefällt uns nicht, äh, die sperren wir jetzt halt komplett. Also, das ist jetzt nicht so... Natürlich, Zensur. Ey, das ist so der Klassiker, was im Schluss endlich dann aus dem Ding rauskommt, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, oder was ja, genau, was ja auch in solchen Ländern dann vorkommt, äh, irgendwelche, äh, Katastrophen passieren oder irgendwelche, ähm, ja, Demonstrationen, Proteste, wie auch immer. Und dann wird halt eben, damit sich diese Leute nicht mehr organisieren können, mal das komplette Internet für den Tag runtergefahren oder so. Das ist ja auch schon in solchen Ländern vorgekommen, in solchen Regimen. Also, das muss man wirklich sehr, sehr kritisch sehen. Und das ist halt auch was, sag ich mal, äh, was Russland jetzt nicht wieder so gerade beliebt macht, äh, bei Leuten, die halt eben sehr, äh, frei und, und die Meinungsfreiheit sehr hoch halten. Und das sollten wir ja eigentlich alle als, äh, Demokraten, wir sollten ja alle eigentlich, sag ich mal, für Meinungsfreiheit sein und auch für Netzneutralität. Und das sind ja alles so Sachen, die sind ja auch nicht mehr gegeben. Ich meine, Russland könnte ja zum Beispiel auch Dienste, äh, nicht komplett blocken, sondern das alles ein bisschen intelligenter machen. Einfach Dienste, die sie nicht wollen, so dermaßen drosseln, äh, dass eben, äh, die Dienste nicht mehr nutzbar sind. Dass man einfach sagt, okay, äh, es macht keinen Sinn mehr, WhatsApp und, und, äh, keine Ahnung, Facebook zu nutzen, ähm, weil einfach der, der, der Dienst einfach viel zu langsam ist. Dann nutze ich lieber V-Kontakte, weil das eben viel schneller performt, weil eben die Firewall in Russland, ähm, diesen Dienst nicht gedrosselt hat. Weil sie eben, was weiß ich, Zugriff auf den Server von V-Kontakte haben und genau wissen, was da geschrieben wird. Ähm, also solche Sachen sind dann denkbar und möglich. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also von dem her schon sehr bedenklich. Ja. Und ich hoffe halt, dass sowas nicht noch in anderen Ländern vorgeht und ich hoffe auch, dass die Russen aufwachen und dass viele Leute da noch auf die Straße gehen und versuchen, was dagegen zu unternehmen, weil das ist schon echt eine heftige Geschichte. Ich sag mal so, wenn's rein da drum geht, ähm, was wieder cool wär. Die coole Version vom russischen Internet wäre folgendes. Die würden ein eigenes Art Intranet aufbauen, ähm, wo du dich über einen Client einwählen könntest oder was weiß ich. Und das man vielleicht auch im Notfall nochmal benutzen kann. Also sowas fände ich wiederum cool. Das wäre die coole Variante. Wenn man wirklich was gegen Ausfallsicherheit und keine Ahnung was machen möchte, dann wäre das eine Möglichkeit, die man machen könnte. Aber das ist einfach nur Vorbereitung auf die totale Zensurenüberwachung. Nichts anderes. Nee, ich hab mir jetzt bloß gedacht, also ich glaub, da gibt's auch in Deutschland bestimmt Politiker, die schauen da mit ganz lieblichen Augen dahinter, also nach Russland und sagen, ach, das wär auch schön. Ja. Boah. Ja. Das ist eigentlich eine coole Idee. Ja, aber später... Warum haben wir das nicht? Warum sind wir da nicht draufgekommen? Könnten wir eigentlich auch machen. Ja. Ja, das ist schon echt, äh, schon echt krass, dass sowas bei uns hier in den Nachbarländern passiert. Also das ist schon, schon heftig. Ja, mal gucken, wo das hinführt. Ähm, ich, ich sag mal so, ich würde mir dann auch nochmal mehr überlegen, ähm, Software aus Russland einzusetzen. Also, äh, ich denke jetzt gerade mal an so Unternehmen wie Kaspersky oder so, ähm, wobei die haben mittlerweile schon reagiert, muss man sagen. Die haben jetzt ihr, ähm, Analytics-Zentrum in die Schweiz verlegt. Taktisch sehr intelligent für alle Europäer, die Angst haben, äh, dass ihre, äh, Daten da irgendwie in falsche Hände geraten. Aber man muss das einfach auch mal so sehen, ähm, wenn die Regierungs-Server da dazwischen hängen, dann werden da auch die Remote-Daten der Kaspersky-Mitarbeiter, die remote auf einem Schweizer Server arbeiten, die laufen da auch durch. Also, ähm, ganz so unkritisch ist das dann nicht. Es ist zwar nicht so schlimm, wenn die Server direkt in Russland stehen würden, aber man muss es trotzdem mal alles hinterfragen. Was mich als Admin wieder interessiert, was sind das für Firewalls und wo kann ich die kaufen und wie viel kosten die? Das ist dann die andere Frage, weil das ist schon krass, wenn du solche Firewalls am Start hast, das, klar, das sind natürlich nicht nur drei, das wird wahrscheinlich ein ganzes Rechenzentrum sein, wenn es intelligent machen, sind es zwei Rechenzentren oder drei oder vier, äh, aber es ist heftig. Sowas musst du erstmal aufbauen, was das an Geld kostet. Ich meine, die Hersteller von solchen Systemen, die reiben sich jetzt schon die Hände, ne, vielleicht ist es sogar von Kaspersky entwickelt, sowas, man weiß es nicht. Ähm, die Russen, die sind ja, ähm, nicht dumm, also die, äh, haben ja zum Beispiel auch, äh, veranlasst, dass alle, äh, öffentlichen Einrichtungen, die müssen, ähm, wenn es geht, russische Hersteller verwenden. Ähm, also bei denen läuft es so, zuerst russischer Hersteller, und dann muss man begründen, wenn man das nicht machen kann, weil es zum Beispiel, keine Ahnung, keine russische Alternative für Microsoft gibt, dann muss man das begründen und dann erst kann man sich für was anderes entscheiden, aber wenn es da eine Alternative gibt aus Russland, dann muss die, äh, gekauft werden. Und, ähm, da sind die ja ein bisschen anders drauf als wir Deutsche. Die deutsche Bundeswehr, die kauft US-amerikanische Produkte und keine deutschen, wenn wir jetzt mal beim Thema Virenschutz bleiben. Ähm, aber das ist schon echt hochinteressant. Und ich hoffe mal nicht, dass es wirklich so sein wird wie in China. Äh, wir werden es sehen in den nächsten Jahren, aber das ist schon heftig, was, äh, Putin da vorbereitet. Und das muss man schon wirklich sehr, sehr, sehr kritisch sehen. Ne? Auch wenn man jetzt nicht alles glauben sollte, was Russland immer vorgeworfen wird, aber, äh, das ist schon echt heftig. Das ist schon nicht gut. Naja, würde ich sagen, schließen wir mal das Thema ab. Ja. So wie das Internet in Russland. Und, ähm, ja, oh Gott, äh, bloß nicht. Ja, gut, ähm, spannend. Aber, äh, genau. Mobil, mobil sollte aber, um da nochmal drauf zurückzukommen, mobiles Internet soll ja recht gut sein. Oh ja. Ich meine, David, du hast ja Erfahrung gehabt, russisches Internet. Ich meine, äh, 13 Euro für unlimitiertes LTE, selbst im tiefsten, der tiefsten Tundra im Wald war schon, ist schon ziemlich geil. Also da kannst du, äh, das ist so. Wann warst du in Russland? Das war 2016, ja. Vor drei Jahren. 2016. Also, äh, da kann, da kann man sich dann mal überlegen, äh, ob man nicht dort für Internetzensur nimmt und dann halt irgendwo, ja, irgendwo in die Taiga zieht. Die andere Sache ist, da interessiert es halt eh keinen Ars, was du machst. Ja, also ich meine, das ist, ich hab auch mal mitbekommen von einem, von einem Funkamateur, der irgendwie mit dreieinhalbtausend Watt da sendet, weil weiß eh keiner, wo der ist, der hat irgendwie einen Maske sich da hingestellt. Also, na, in Russland ist alles ein bisschen anders, aber auf jeden Fall internettechnisch waren die da weitaus besser ausgebaut. In den U-Bahnen gab's überall kostenloses WLAN. Ähm, also, da kann so von träumen. Es ist halt, es ist halt ähnlich wie in China. Wenn alle connected sind, kannst du halt alle schön überwachen. Ja, das stimmt. Gut, soviel zu dem Thema. Kommen wir zu einem Update. Georg, wie geht's denn deiner Glasfaser? Gibt's denn da schon was Neues? Ich wollte das mal ein bisschen, weil wir haben's ja im Podcast erwähnt, da hab ich gedacht, ich lass das mal so ein bisschen immer mal mit drin und du erzählst über Updates. Gibt's Neuigkeiten zum letzten Podcast? Genau, ähm, jetzt bin ich grad hoch. Ähm, es Leerrohr bis ins Haus verlegt, äh, Glasfaser lässt es aber immer noch auf sich warten. Auf der Internetseite von der Telekom steht aber schon, äh, dass ich Glasfaser buchen könnte, weil für die Telekom, äh, Glasfaser bedeutet, äh, bis zum Kasten, also zum, bis zum Verteilerkasten. Genau, also wenn's bis zum Verteilerkasten geht, dann, äh, sagt dir die Telekom auf der Webseite, du hast Glasfaser. Ja, also ich hab auch Glasfaser, aber ich hab halt in Wirklichkeit nur, äh, Supervectoring mit, also nur in Anführungsstrichen mit 250 Mbit, da sind andere schon neidisch, ähm, und das in so einem Kaff, wie, wie ich hier wohne, ne, ähm, da ist Felix ja schon ganz neidisch, der in Aschaffenburg wohnt, in Nähe zu Frankfurt und der kriegt nur 100 Mbit und das noch nicht mal komplett, ähm, ja, aber wie gesagt, das, das ist spannend. Also, gibt's schon einen Termin, wann du das dann wirklich rein, in Anführungsstrichen, reingeblasen bekommst, die Glasfaser? Nein, leider nicht. Damit das Leerrohr zum Vollrohr? Nee, haben wir leider noch keinen Termin. Ja, schade. Gibt's? Ja. Okay, ne, ich bin gespannt, ich werde immer wieder nachfragen, weil das ist ganz interessant und, äh, das ist auch gleichzeitig dann, denke ich mal, der Startschuss mehr oder weniger auch von unserem Videopodcast, wenn wir dann alle ordentlich angebunden sind. Schau mal, was von mir noch kommt. Weil dann... Ich hab da momentan noch so ein bisschen, ähm, Bauchschmerzen bei mir mit der Telekom. Ja, gut. Weil der neuen, also in der Theorie ist da draußen irgendwie, also alle umliegenden Häuser sind mit 250 Mbit angebunden, mit VDSL. Nur dein Haus hat nur 16 Mbit. Ja. Kein Spaß. Das wär heftig. Hat auch der Eigentümer, das ist ein Neubau, wie gesagt, der hat schon vorher so eine Hexenhütte, so eine kleine, aber wie gesagt, das ist auch alles neu. Alle Häuser ringsherum kannst du mit 250 Mbit, ähm, äh, wie gesagt, buchen. Nebendran, die Schule hat anscheinend sogar nochmal eine dedizierte Leitung, aber auf jeden Fall, bei mir steht bisher momentan drin, wir können bei ihnen keinen Highspeed anbieten, das höchste sind irgendwie 16.000. Und der Eigentümer weiß selber, er hat gesagt, ja, vor zwei Jahren hat er das bestellt, er weiß es nicht. Angeblich liegen die Leitungen. Ähm, das Spannende ist, ich will das ja im Voraus, also ist ja nicht so, dass ich eine neue Wohnung ziehen will und dann erst mal vier Wochen kein Internet habe, sondern ich möchte das ja irgendwie recht zeitnah haben. Ja. Und... Ist ja nicht so, dass du nicht in der IT-Branche arbeitest. Also der, der spannende Part wird halt auch noch, ähm, was ist, wenn jetzt die, also der einzige Tarif, der da verfügbar ist mit den, oder ich glaube 16 oder waren es vielleicht noch 50, keine Ahnung, aber der wird halt nach 60 Gigabyte gedrosselt. Entschuldigung, aber dann brauche ich kein Video mehr machen. Ja, aber das ist ja dann kein, ja, aber das ist ja dann auch kein Telekom-Tarif, oder? Doch, doch, doch. Mit 60 Gigabyte. Ja. Hä? Die Telekom hat doch keine gedrosselte Tarif mehr, oder? Also ich habe es, warte, ich frage mal, ob ich es noch finde, aber... Naja, also, äh, also soweit ich weiß, hat die Telekom keinen gedrosselten Tarif mehr im, im DSL-Bereich, oder VDSL-Vectoring, wie du das nennen willst. Pass auf, ich schwarz extra nochmal nach, aber ich bin mir sicher, dass das irgendwie sowas war. Ähm... Ne, also da ist mir nichts bekannt. Naja, zurück zum, äh, solange wie du mal guckst, zurück zu der anderen Geschichte, ähm, mit dem Podcast, also wir haben ja dann vor, das mit Video zu machen, und wenn dann eben die Bandbreite bereitsteht, dann wäre das halt eben auch ein, äh, machbarer Weg. Äh, ja, das ist, äh, Telekom und, und, äh, Ausbau, das ist immer so eine Sache. Ich meine, sowas auch als Glasfaser zu bezeichnen. Glasfaser ist für mich einfach Fiber to the home. Also wirklich ins Haus rein, in die Wohnung rein, mit der Glasfaser. Das ist Glasfaserausbau, so wie er eigentlich sein sollte. Und nicht die letzte Meile dann nochmal auf Kupfer, ähm, weil da geht halt auch viel Leistung verloren. Natürlich, man kann aus Kupfer noch ein bisschen was rausholen, aber irgendwann ist da einfach mal Schluss. Da geht dann einfach nichts mehr. Und, ähm, wirklich, also wenn man was ausbauen möchte, ernsthaft ausbauen möchte, dann muss man eigentlich Glasfaser bis in die Wohnung legen. Und, äh, wir sind ja mittlerweile so weit, dass man auf einer Glasfaser mehrere Terabit schicken kann. Also auf einer Farbe bis zu 10 Gigabit, ähm, kann man da durchballern. Man kann mehrere Farben, aber über eine Glasfaser. Ja. Ja, genau. Äh, man kann aber mit mehreren Farben fahren und deswegen kann man eben bis zu mehreren Terabit, äh, über so eine Faser schicken. Das heißt also, bis man da mal, äh, an die Grenzen kommt bei einer Glasfaser, das wird noch einige Jahre dauern. Und, äh, ich sag mal so, äh, wenn man dann im Terabit-Bereich in der Privatwohnung liegt, äh, ganz ehrlich, also ich wüsste nicht, welch, also es gibt aktuell noch keine Dienste, äh, die man da wirklich nutzen kann dafür. Ja, ich hab's jetzt nicht mehr gefunden, aber vielleicht war's auch dieser, haben Sie eine Alternative, dieses Call vorgeschlagen oder so, ich weiß es nicht. Es, es, nee, nee, also, äh, kannst du mir glauben, ich hab mich nämlich da auch ausreichend informiert und ich, äh, jag hier im Monat ungefähr so 3, 4 Terabyte durch die Leitung, jetzt wo ich das Supervectoring hab. Also, wenn da die Telekom, Leute, es sind legale Daten, nee, ohne Scheiß, also so Backup-Daten und so weiter, und wenn die Telekom sich da noch nicht gemeldet hat, dann gibt's wahrscheinlich kein Limit mehr. Ja, also ich weiß, es gab ja 2012 fast, glaub ich, damals diesen riesen Aufschrei, auch diese, da gab's ja schon fast Demonstrationen gegen die Telekom, äh, und dann haben sie es irgendwann ja fallen gelassen, oder sie mussten es fallen lassen, weil's vor Gericht nicht durchgekommen ist, also irgendwas war da auf jeden Fall, es gibt keine, keine Drossel bei der Telekom. Okay, ist aber auf jeden Fall aktuell nix verfügbar und das Spannende wird halt noch mit... Wie sieht's denn bei Vodafone aus, also Kabelnetz? So langsam, also das, äh, Mnetz sind 18.000 und so, der Punkt ist, der Eigentum hat gemeint, er hat von der Telekom auch noch keine Informationen, die müssen das bis Mitte, Anfang, Mitte Juni bereitgestellt haben, also vielleicht müssen die Leitung erst noch schalten. Ja. Bei Telekom auch nichts und die meinten, nee, also da ist ja prinzipiell nur 50 Mbit verfügbar, ich weiß nicht, was sie sehen, aber ich sag, entschuldigen Sie bitte, aber hier auf der Ausbaukarte sind alle Gebäude mit 250 Mbit angebunden und ich kann's buchen, nur bei dem Gebäude nicht. Nee, also da liegt uns nichts vor und jetzt ist die Frage entweder, sie hat auch gar nicht gewusst, fing sie an, ja, und VDSL und Glasfaser ist hier was ganz anderes, ich sag, ja, sie müssen mich ja jetzt nicht aufklären, ne. Ach was. Aber ich glaub, die wusste selber nicht so richtig, was sie will, ähm, ich bin mal abgespannt, was da rauskommt, weil das wär schon wichtig für mich, dass ich dann Anfang Juli da Internet habe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, vor allem nicht unbedingt so ein Bush-Internet. Weil dann ein Downgrade zu jetzt wär ziemlich scheiße. Genau, aktuell hast du ja 50 Mbit, glaub ich. Wobei da der Upload ziemlich langsam ist und ich mir 250 wäre dann schon ganz nett. Das ist halt ein bisschen enttäuschend, muss man ja wirklich sagen. Ich mein, die Mnet ist eigentlich ein guter Provider, aber der Upload ist halt scheiße. Da sparen die halt ziemlich und das wollen die halt nicht, was weiß ich. Selbst die Geschäftskunden, also ich hab noch einen Bekannten in München, der eben ein Unternehmen hat und der sagt halt, er hat echt Probleme mit der Mnet, weil die bieten halt wirklich keinen richtigen Upstream an, auch selbst für Glasfaser-Kunden. Ich glaub maximal 40 Mbit oder so. Ich, ich guck grad nochmal auf die Seite von denen. Also das ist schon ein bisschen unverschämt, also was die da, äh, verlangen. Und ich mein, es ist ja nicht so, dass die Faser das nicht hinkriegt. Und was ja der größte Bullshit ist, ist halt diese, diese nicht-synchronen Leitungen, weißt du? Das ist halt auch Bullshit, weil bei Glasfaser macht das technisch überhaupt keinen Sinn, weil eine Glasfaser kannst du synchron bespielen, wie du willst. Weil die bieten hier zum Beispiel an 300 Mbit down, das ist die Mnet jetzt, 300 Mbit down und 50 Mbit up. Das ist der Maximal-Tarif, den du bei Glasfaser bekommen kannst. Wenn du dir den Telekom-Tarif mal anguckst, da kriegst du 1 Gigabit down und 500 Mbit up. Das ist schon was, wo ich sag, okay, das wenn ich als Firma buche, dann hab ich schon, glaub ich, alle meine Probleme erst mal gelöst. Ich meine, ich kann da kein Netflix betreiben, aber das mach ich sowieso nicht on-premise. Aber ich kann meinen Firmenstandort mit der Leitung super anbinden. Eben, ja. Habe ich keine Probleme damit. Also ich muss sagen, das ist auch jetzt mein Problem, weil, also jetzt, selbst bei der Telekom hast du bei dem 15 Mbit-Tarif ja schon 10 Mbit-Upload. Ich hab jetzt 4 und das merkst du halt schon. Und das ärgert mich. Ich meine, gut, für meine Eltern reicht das, ja. Die machen nicht viel. Die schauen ab und zu mal ein paar Serien, laden mal ein paar Filme, streamen mal ein paar Filme und laden mal ein paar YouTube-Videos oder schauen die halt an. Da reicht das vollkommen aus. Aber wenn du halt, so wie ich jetzt auch anfängst, dein ganzes Zeug halt irgendwie in der Cloud zu speichern, viel darüber zu machen, das ist halt zum Kotzen. Weil du letztens wieder irgendwie 4000 Bilder hochladen müssen, teilweise RAW-Dateien. Da bist du pro RAW-Dateien irgendwie 30 Megabyte los. Ja, viel Spaß. Ja. Ja, eben. Naja, also sowas ist einfach Quatsch. Aber wir werden sehen, Telekom ist da im Moment auf jeden Fall ganz gut, was jetzt die Anbindung an den Haushalt angeht. Da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Aber die Anbindung an den Backbone ist bei der Telekom aktuelles Problem. Und ich hab, oder ich hab's ja erzählt, dass wir jetzt mit QSO4U unsere IT-Infrastruktur erneuern. Denn wir wechseln auch das Rechenzentrum, wir kriegen auch komplett neue IP-Ranges und so weiter und so fort. Und da hat sich jetzt eine Frage aufgetan, wie richtig anbinden an das Internet. Und da werden viele sagen, hä, wieso? Wenn ich in einem Rechenzentrum bin, dann kriege ich doch da eine Anbindung. Jaja, ja, genau. Also man kriegt eine Anbindung. Aber die Anbindung ist halt, sag ich mal, relativ Standard bei uns. Das heißt also, wir haben natürlich zig Carrier, die da mit dranhängen, also sprich Netzanbieter, mit denen wir verbandelt sind, wo es sogenannte Peerings, also wer jetzt damit noch nichts zu tun hatte, das Internet funktioniert ja so. Du hast immer Netzbetreiber und diese Netzbetreiber, die müssen sich ja irgendwie untereinander auch verbinden. So, und dann gibt es halt die Möglichkeit, entweder es gibt ein direktes Peering, das heißt also Unternehmen A, nehmen wir mal die Telekom, peert sich mit Unternehmen B, nehmen wir mal Unity Media. Und die haben eine direkte Verbindung und da laufen die Daten dann dieser Kunden. So, das ist der Optimalfall. Und meistens ist es dann so, dass sogenannte, ja, autonome Systeme, also AS-Anbieter, dass die sagen, hey, ich mache ein kostenneutrales Peering mit einer anderen Firma, weil meine Kunden profitieren ja auch davon, wenn die Services, die bei der anderen Firma gehostet sind, gut erreichbar sind. Und zum Beispiel eben halt Vodafone mit Telekom, die sagen, okay, pass mal auf, ich zahle auf meiner Seite das Routing-Equipment, was weiß ich, Glasfaser-Port, Router und so weiter. Ihr baut das auf der anderen Seite auch selber bezahltes und wir haben dafür untereinander eine Verbindung, also eine 50-50-Geschichte, eigentlich eine Win-Win-Situation, weil auf beiden Seiten die Dienste gut erreichbar sind. Jetzt haben wir aber die Telekom und die Telekom wäre ja nicht die Telekom, wenn sie nicht richtig viel Geld für ihre Dienste haben wollen. Und bei unserem Rechenzentrum ist jetzt konkret das Problem, dass die deutsche Telekom sagt, nee, wir machen das nicht. Wir machen kein kostenneutrales Peering mit euch. Das wollen wir nicht, das sehen wir gar nicht ein. Wir sind die Telekom. Ihr zahlt die komplette Anbindung. Jetzt sagt das Rechenzentrum aber, hm, das ist aber verdammt teuer. Und wir sehen das eigentlich gar nicht ein, dass wir das bezahlen sollen, dass für eure Kunden, also eure DSL-Kunden, die Dienste, die bei uns im Rechenzentrum sind, gut angebunden sind. Das wollen wir nicht bezahlen, weil das ist wahnsinnig teuer und außerdem sind es ja eure Kunden, die unsere Dienste abrufen. Und die Telekom sagt, nö, wenn ihr mit uns ein Peering haben wollt, dann sollt ihr das auch bezahlen. Und jetzt ist halt die Quintessenz von dem Rechenzentrum, das sagt halt, liebe Kunden, wenn ihr gut mit der Telekom verbunden sein wollt, auch zu den Spitzenzeiten, dann müsst ihr extra bezahlen. Weil dann bezahlen wir einen Dienstleister, der eure IP-Adress-Ranges über einen Spezialrouter routet ins Netz der Telekom und wir stellen euch da eine gute Verbindung bereit. Tut uns leid, anders ist es nicht möglich. Und jetzt standen wir eben vor der Entscheidung zu sagen, okay, wir zahlen dafür extra Geld, damit unsere Dienste, die unsere Kunden benutzen bei Kurs Offer-You-Services, aber auch unsere, sagen wir mal, kostenlosen Nutzer, wie zum Beispiel, wenn du unseren Teamspeak-Server, Mumble-Server und so weiter benutzt, dass die Leute aus dem Netz der Deutschen Telekom auch zu den Stoßzeiten gut angebunden sind. Weil die Telekom einfach viel zu geringe Uplinks in die anderen Netze hat. Und das war zum Beispiel auch damals das Problem mit YouTube. Wer sich noch erinnert, vor ein paar Jahren war ja YouTube über das Netz der Telekom eine Katastrophe. Ja, woran lag das? Das lag nicht an Google, das lag an der Telekom, weil Google ist ein Unternehmen, die peeren mit allen möglichen Unternehmen, weil die wollen ja, dass ihre Dienste in allen Netzen gut erreichbar sind. Und die sagen, hey, wenn ihr ein Peering mit uns haben wollt, dann machen wir das, weil wir wollen ja, dass Leute aus eurem Netz auch unsere Dienste gut erreichen können und umgekehrt. Aber die Telekom, die sagt, nö, wir sind so groß, ihr könnt uns mal, wenn ihr das haben wollt, dann bezahlt gefälligst mal dafür. Also das sind so Sachen, die haben mich schon wieder sowas von aufgeregt. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, das macht ja keiner mit dem kostenneutralen Peering. Ich lese euch mal ganz kurz vor, welche Unternehmen mit unserem Rechenzentrum peeren. Ich nehme mal nur so ein paar Ausschnitte. Google, Amazon, Facebook, OVH, Cloudflare, Kabel Deutschland, Worldstream, Leaseweb, Megafone, Microsoft, Telefonica, Versatel, Exit, CDN77, China Telekom, Datagroup, Dropbox, Ford, Fjord, dann Global Cloud Exchange, MyDataLog und noch viele andere. Also das sind mehrere Terabits an Peerings, die in andere Netze bestehen, wo unser Rechenzentrum einfach kostenneutral abschließen konnte. Aber mit der, Entschuldigung, scheiß Telekom geht das nicht, weil die sagen, nö, das wollen wir nicht. Ihr zahlt jedes Gigabyte, was da drüber geht. Toll, also wirklich eine tolle Sache und da vor dieser Geschichte stehen wir jetzt. Und das sind so Sachen, die du halt, sag ich mal, als normaler Konsument, in Anführungsstrichen, vom Internet nicht mitbekommst. Du wunderst dich nur, warum ist der Dienst bei mir so langsam? Warum ist zum Beispiel der Gameserver so schlecht erreichbar bei mir an meinem DSL-Anschluss? Ich habe vielleicht 100 Mbit oder noch mehr. Ja, warum ist der bei mir so schlecht erreichbar? Und bei meinem Kollegen, der zum Beispiel bei Mnet ist, der erreicht den viel besser. Naja, das ist einfach, wie diese Netze miteinander zusammengeschalten sind. Vor ein paar Jahren noch hatte die Telekom zu Google deutschlandweit gerade mal 50 Gigabit an Backbone. Jetzt kann man sich mal vorstellen, wie viele Leute Google benutzen und wie viele Daten da jeden Tag durchgeballert werden. Und das sind ja Google Mail, Google normale Bildersuche, Videosuche, wie auch immer, YouTube. Alles ging über diese 50 Gigabit aus dem Telekom-Netz. Jetzt, wenn einer, sag ich mal, in Linus Tech-Tipps-Manier da mal ein paar Gigabit hat und die dann einfach auf die Server schiebt von Google, dann haben die anderen Kunden keine Möglichkeit mehr, die Daten da richtig durchlaufen zu lassen. Und dann kommt es halt zu solchen Phänomenen, dass du eigentlich sagst, hey, mein Internetanschluss, der ist ja gar nicht ausgelastet, aber das YouTube-Video, das ruckelt trotzdem wie Sau. Und Google sagt, hey, unsere Server, die sind gar nicht ausgelastet. Das ist dieser Flaschenhals, der da auf dem Weg vom Telekom-Netz in das Netz von Google eben stattfindet. Und das ist halt eine Riesensauerei. Und da musste ich mich jetzt einfach mal drüber auskotzen. Und ja, wie gesagt, wir haben das jetzt umgehen können, indem wir den Traffic doppelt bezahlen. Das nennt sich auch so Double Paid Traffic. Also wer sich dafür interessiert, ich möchte das jetzt nicht noch im Detail weiter ausführen. Ich habe sowieso schon viel zu lange drüber geredet. Aber wer sich für dieses Thema interessiert, Double Paid Traffic nennt sich das Ganze. Ich werde es auch mal in der Beschreibung verlinken. Da gibt es auch ein gutes Erklärvideo, ich glaube sogar vom Chaos Computer Club, der das erklärt hat zum Thema Netzneutralität. Dieses Thema ist nicht neu, auf gar keinen Fall. Das gibt es schon seit einigen Jahren. Aber die Telekom ist halt da mal wieder negativ aufgefallen. Und gerade wir jetzt bei Kurs O4U, wir haben das halt einfach gemerkt, jetzt im Zuge der Umstellung ins neue Rechenzentrum, dass es da eben Probleme gibt mit der Anbindung zum Netz der Deutschen Telekom. Und wir haben relativ schnell rausgefunden, dass halt eben abends zu den Hauptzeiten, so ab 19 Uhr, einfach scheinbar zu viel über diesen kleinen Uplink von dem Netzbetreiber geht. Und dann ist einfach keine normale Konversation über einen Voice-over-IP-Dienst oder so nicht mehr möglich. Und das ist einfach scheiße. Und sowas kann es eigentlich nicht sein. Und gerade so ein Anbieter wie die Telekom, ihr habt es ja gerade gehört von mir, da sind so viele Anbieter, die da mitmachen bei den Peerings. Und das waren noch lange nicht alle. Also wir sind in einem Rechenzentrum jetzt. Wir verbessern uns auch wahnsinnig von der Anbindung. Wir haben jetzt auch an diese ganzen großen Knotenpunkte eine Top-Anbindung. Also allein zur D6 sind es 600 Gigabit. Zur Am6 in Amsterdam sind es 100 Gigabit. Dann zur Nürnberger N6 ist es, glaube ich, haben wir auch eine gute Anbindung. Oder auch in Helsinki gibt es ja auch nochmal so einen Knotenpunkt. Und da sind wir gut angebunden hin. Aber wie gesagt, eben in das scheiß Netz auf gut Deutsch, der Deutschen Telekom, haben wir nur Probleme, da unsere Daten reinzuschieben. Und Leute, wenn ihr Kunde der Deutschen Telekom seid und verbindet euch mit unseren Voice-Servern, schätzt die Verbindung, weil die kostet uns nämlich doppelt. Das ist einfach, es ist einfach ein Witz eigentlich. Es ist ein Witz, aber wir kommen nicht drum rum. Wir haben das jetzt getestet. Wir haben auch Ping-Tests gemacht. Wir haben schon gedacht, unsere Server haben ein Problem oder unsere Switche oder Firewalls oder Router. Man denkt ja immer, zuerst das Problem liegt an einem selber. Man pingt da und sieht, okay, jedes dritte Paket geht verloren in Richtung Server. Dann pingt man mal aus dem Netz von unserem alten Provider, aus dem alten Rechenzentrum und dann geht kein einziger Ping verloren. Dann ping ich mal von einem Vodafone-Anschluss, kein einziger Ping geht verloren. Dann von einem regionalen Glasfaser-Anbieter hier aus meiner Nähe gepinkt. Auch kein Problem, keine Verbindungsabbrüche. Nur aus dem Netz der Deutschen Telekom kommt nur die Hälfte an. Also das ist echt eine Katastrophe. Gut, dann würde ich sagen, außer ihr habt noch irgendwas zu dem Thema. Nicht zu dem Thema direkt, aber ich habe gerade noch vorhin was über Wolfgang Kreisig gefunden. Ach ja, sehr gut. Allerdings anscheinend ist er parteilos. Also ich habe jetzt zumindest nie eine Referenz auf der Partei gefunden. Schade. Ich dachte schon, das ist wieder jemand von der CDU gewesen. Nee, er wurde von dem Grünen eingesetzt. Allerdings bin ich dann auch noch auf einen Beitrag der Welt gestoßen. Und zwar, dass der auch dafür wirbt, dass auf Smartphones fest Jugendschutzsoftware installiert werden soll. Für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, das dann von den Eltern praktisch nur zugeschaltet werden kann. Alles. Also ab und ab und ab. Wahrscheinlich verlangt er auch, dass man die E-Mails und Chatverläufe der Kinder dann mitlesen kann als Eltern. Wenn du das Ding schon mal hart in das System reincodest, wenn du einmal drüber bist. Ja, das ist bestimmt auch jemand, der findet dieses russische Internet auch super. Nee, es ist ja alles nur im Sinne des Jugendschutzes. Na klar, alles nur zum Schutz der Kinder. Denk doch mal jemand an die Kinder. Also ich glaube, da hat sich Baden-Württemberg den besten Mann für die Arbeit rauszucht. Gerade, wo du es sagst, fällt mir gerade noch ganz, ganz kurz dabei. Da habe ich jetzt ein Bild gesehen in der Heimkino-Gruppe. Da hat einer ein Bild gepostet und zwar... Warte, ich denke mal kurz... In was für Gruppe du bist? Ja, so eine Heimkino-Gruppe. Und zwar ein Bild von einer VHS-Kassette aus einer Videothek von damals. Innen drin, Riesenaufkleber, Stoppschild. Lieben Sie Ihr Kind, zerstören Sie seine Seele nicht. Dieser Videofilm schädigt Ihr Kind, ohne dass Sie es merken. Zeigen Sie diesen Film nicht Ihrem Kind. Ihr Stadtjugendamt Dormagen. Das war so, ja, wohl 90er rum, ne? So was siehst du heute aber auch nicht mehr. Heute steht nur Peggy, 17 oder wie auch immer sie alle heißen, 18. Ja, und das aller Film war Syndikat des Grauens. Ja gut. Ja gut, ich sag mal so, damals war das halt noch nicht so mit den Aufsicht, mit diesen Bewertungsgesellschaften, aber gut. So, dann kommen wir mal von Bewertungen zu Bewerbungen. Es gibt mal wieder eine Trojanerwelle, die eben durch Fake-Bewertungen ausgelöst wird. Deswegen also Leute, die in HR-Abteilungen arbeiten, die sollten da mal ein bisschen aufpassen. Oder auch die Admins, wenn Admins hier zuhören, die sollten vielleicht mal in der HR-Abteilung mal drauf hinweisen. Diese E-Mails sind mal wieder, wer hätte das gedacht, makrovieren. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber, dass es verschlüsselte Wörterteien sind, wo dann eben das Passwort in dem E-Mail-Text mit drinsteht. Und das macht halt das Erkennen über die AV-Software sauschwierig. Deswegen wird es halt eben von tausenden Scannern nicht erkannt oder gefühlt von tausenden. Und lustigerweise oder interessanterweise hat F-Secure als einziges Unternehmen, bei diesem Sample, das ich jetzt hier habe, hat F-Secure das erkannt. Warum auch immer. Obwohl es verschlüsselt ist, haben die es erkannt, dass da eben eine Malwert drin ist. Und die haben da vielleicht irgendwelche Methoden, die man noch nicht kennt. Vielleicht ist es auch ein false positive, man weiß es nicht. Aber die haben es erkannt und das ist einfach eine verschlüsselte Wörtertei. Und da drin befindet sich ein Makrovirus, der dann übers Internet eben diesen Gant-Crap runterlädt. Und wer sich damit ein bisschen beschäftigt hat, das ist ein Pressungstrojaner, der halt zum Beispiel auch noch andere Malware mit nach sich zieht und so weiter. Also das Ding ist brandgefährlich. Das kannst du für alles Mögliche verwenden. Das ist so ein Leatherman oder so, mit dem du dann halt andere Malware da noch einbauen kannst und die dann schön ins System einbringen kannst. Also nicht unbedingt das, was man unbedingt auf dem Rechner haben möchte. Deswegen da ein bisschen aufpassen. Und ja, wie immer gilt halt, ein Virenschutz ist halt nur ein Airbag und kein vollumfänglicher Schutz vor solchen Geschichten. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, man muss es immer wieder sagen, weil mir werden da teilweise von irgendwelchen Awareness-Trainings, die ich halte, da werden mir Sachen im Mund rumgedreht und Leute verstehen da Sachen falsch und sagen dann, ja, sie haben doch gesagt, hier, kaufen Sie einen Virenschutz und dann ist alles gut. Und nee, habe ich nicht gesagt. Und das werde ich auch nie sagen. Aber das verstehen halt die meisten Leute nicht. Oder ich meine, klar, die AV-Hersteller, die mögen das nicht hören wollen. Aber letztendlich, natürlich, einen AV brauchst du. Da geht kein Weg dran vorbei. Das sollte auch nicht die allerletzte Software-Brüder aus dem Himalaya sein. Das braucht nichts anderes mehr, Steffen. Das weißt du doch. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Podcast-Folge wir drüber geredet haben. Sonst würde ich dir jetzt die Nummer nennen. Aber Leute, hört mal in der Folge nach. Es gibt ja auch eine Suche auf unserer Website. Da kann man es finden. Oder auch auf YouTube. Aber wir haben darüber schon geredet. Ist der Windows-Defender denn ein adäquater Ersatz gegenüber anderen AV-Herstellern? Spoiler, nein, ist er nicht. Aber hört euch den Podcast an. Wenn ihr genau wissen wollt, warum. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. Da hat der Georg mal wieder was rausgesucht. Ja, aber da merkt man wieder auch. Ein bisschen zum Schmunzeln irgendwo. Ein Let. Und Menschen sind Passworte faul. Da hat sich nämlich ein Sicherheitsforscher hingehockt und hat mal geschaut, kann ich denn nicht ein paar Botnetze übernehmen? Und hat dann einfach eine Brute-Force-Attacke gemacht und hat dann gemerkt, hm, einige dieser Botnetze sind halt mit Standard-Passwörtern gesichert, wie Admin-Admin oder Rude-Rude. Und ja, und dann hat er die Botnetze halt einfach übernehmen können. Ist halt bequem, ne? Und wenn man sowieso schon auf der dunklen Seite der Macht steht, dann ist es egal. Und laut Heise heißt es halt dort, dass sich halt viele das Wissen, wie man sowas programmiert, halt über Tutorials halt aneignet und dann eben vergisst, diese Standard-Passwörter zu ändern. Ja, ne, das kann gut sein, ja. Also es gibt ja immer mehr solche Skript-Kiddies oder sehr schlecht gemachte Malware. Und das kann ich unterschreiben. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann habe ich noch ein Thema. Da sollten alle Nutzer und Freunde von russischer AV-Software, also konkret Kaspersky, mal ein bisschen achten auf ihr System. Das BSI warnt nämlich vor einer Schwachstelle im AV-Client von Kaspersky, sowohl in der Privatkunden- als auch in der Business-Variante. Darüber ist es möglich, eben über eine Datei den Virenschutz auszuhebeln und dann eben auch Software auf dem Rechner ohne Administratorenrechte auszuführen und darüber eben halt auch Admin-Berechtigungen zu bekommen. Und es gibt einen ganz einfachen Trick. Updatet euren AV, euer Kaspersky. Ihr könnt ganz leicht rausfinden, ob ihr davon betroffen seid. Einfach über das Kaspersky-Icon unten in der Taskleiste fahren. Und wenn er da anzeigt, dass die Datenbank älter ist als vom 4. April, dann habt ihr kein Problem. Wenn die jünger ist, dann habt ihr ein Problem, dann müsst ihr mal updaten oder das Ding hat ein komplettes Problem, weil wir haben jetzt Mai und da sollte eigentlich schon längst ein Signatur-Update passiert sein. Ja, deswegen achtet da mal ein bisschen drauf. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum letzten Thema. Bleiben wir mal beim Thema Probleme mit AV-Herstellern. Ich muss mich da jetzt mal auskotzen. Ich bin heute nur am auskotzen. Ihr merkt das schon, ich habe im Moment echt sehr viele Probleme mit irgendwelchen Software-Sachen. Es ist irgendwie ein bisschen nervig. Also als Ante in der Anwendungsentwickler ist das Problem nie die Software. Es ist nur der Anwender. Natürlich, es ist immer nur der Anwender. Nee, aber das klingt heute so. Weißt du, der hat Probleme mit der Telekom, mit dem Peering. Dann hat er Probleme mit G-Data. Dann, das klingt heute alles ein bisschen komisch, aber es ist halt wirklich so. Ich bin in letzter Zeit, habe ich so das Gefühl, die IT-Welt besteht nur aus Problemen. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich ja eigentlich doch sehr gerne ITler bin. Aber sowas lässt mich halt dann doch wieder verzweifeln. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, G-Data habe ich ja jahrelang gern eingesetzt. Setze ich eigentlich nach wie vor auch gerne noch ein, weil ich halt eben jemand bin, der auch sehr viel Wert auf Datenschutz legt. Und ich weiß halt, wie die Jungs dort und Mädels in Bochum arbeiten. Und dass die halt auf sowas auch Wert legen. So, um mal komplett, um es mal ganz nüchtern zu betrachten oder auch mal zusammenzufassen. Und wir nutzen jetzt seit einigen Jahren die G-Data Endpoint Security in der Enterprise Edition, weil wir halt alle Funktionen brauchen oder fast alle. Und waren eigentlich auch mal relativ zufrieden. Es gab immer mal so Kleinigkeiten, wo ich dann auch mal kurzzeitig gezweifelt habe, ob das die richtige Lösung war. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich wirklich soweit bin und sage, warum haben wir vor vier Monaten das Ding nochmal um drei Jahre verlängert. Das war der größte Fehler, den wir hätten machen können. G-Data hat jetzt im, ich glaube, das war Anfang Mai oder war das Ende April. Ist ja egal. Auf jeden Fall vor ein paar Wochen haben die ein Update für ihre Business Suite rausgebracht. Privatkundenversionen sind von dem Problem nicht betroffen. Nach wie vor Privatkundenversionen, habe ich das Gefühl, laufen sowieso stabiler bei G-Data als die Business-Version. Muss ich leider so sagen, ist so. Und das, obwohl die Privatkunden diese Features immer zuerst bekommen. Und das macht mich auch so ein bisschen, wo ich sage, hä, warum? Also die Privatkunden kriegen zuerst die Features klar, um so einen Privatkunden zu testen. Aber warum sind die dann in der Business-Variante immer so schlecht implementiert? Ich habe keine Ahnung. Und naja, was ist passiert? Fehler passieren. Die haben das Update rausgejagt und wir haben es halt bei uns installiert. Das erste war schon mal, ich habe im Administrativen, im Server, im Administrator, im G-Data-Administrator, habe ich eingestellt, dass das Client-Update von der Client-Version, nicht die Signaturen, das Client-Update nicht auf alle Workstations installiert wird. Also nicht automatisiert zumindest. Was ist passiert? Genau, das ist passiert. Kaum war das Update im Server installiert, wurden alle Clients, egal ob PC, Notebook, Tablet, Handy, Server, alles gleichzeitig geupdatet. Und wir haben das nur so gemerkt, man hat es nicht gesehen am Anfang. Wir haben das nur gemerkt, wie wir dann gesehen haben, unser G-Data-Management-Server, der juckt da gerade mit 8 Gigabit Daten durchs Netz. So haben wir das gemerkt, durchs Monitoring, haben wir gesehen, okay, scheiße, das Ding juckt jetzt 8 Gigabit Daten durchs Netz. Und warum? Das können nie im Leben die WIRTS-Signaturen sein. Okay, anyway, wir haben halt gesagt, okay, scheiß drauf, Meldung ins Intranet, passt schon, jetzt ist es halt schon verteilt, das Update. Ist ja nicht so wild. Ja, was war das Ende vom Lied? Am nächsten Tag haben wir gemerkt, scheiße, bei allen Mitarbeitern funktioniert der Firefox nicht mehr. Blöd. Was ist denn da los? Haben dann probiert, haben gedacht, okay, das liegt an der Softwareverteilung. Haben gedacht, das liegt irgendwie an einem faulen Update von Mozilla, Firefox. Nee, daran schuld war der G-Data. Der hat nämlich, und Leute, die im Unternehmensnetzwerk Firefox verteilen, die wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Es gibt beim Firefox Policy-Dateien, die du verteilen kannst, wo du dann zum Beispiel so Sachen festlegen kannst, welche Startseite, und kannst eben Modifikationen in dieser About-Config vornehmen, die ja beim Firefox integriert ist. Das ist bei uns zwingend notwendig, weil wir halt gewisse Einstellungen brauchen, damit eben der Firefox in der Unternehmensumgebung funktioniert. So, und es ist natürlich scheiße, wenn auf einmal schon durch dieses Update, das ja auf alle Rechner verteilt wurde, kein einziger Rechner mehr einen funktionierenden Firefox hat. Und ihr wisst ja auch, immer mehr Anwendungen gehen auf Web. Das heißt also, viele Anwendungen standen einfach nicht mehr zur Verfügung, weil dieses Problem im ganzen Unternehmen verbreitet war. Ja, dann, bis wir gemerkt haben, das ist G-Data, haben wir dann unseren Anwendern ein PDF ins Internet gestellt, haben gesagt, hey, über diesen Workaround beschrieben, wie man das einstellen kann, könnte das manuell einstellen. Ist super scheiße, super nervig. Hat natürlich den Helpdesk gefreut, weil da haben so viele Leute angerufen, die gesagt haben, ne, ich weiß nicht, wie das geht, mach das mal. Ja, toll, wunderbar. Das war das erste Problem. Es geht noch weiter. Dann haben wir da ein Ticket an den G-Data-Support geschickt. Das hat eine Woche gedauert, bis die sich gemeldet haben. Dann haben sie gesagt, ja, nach einer Woche haben sie gesagt, ja, das ist jetzt in unserer Entwicklungsabteilung. Wir stellen das mal nach. Okay, dann wieder gewartet. Nach drei Tagen nichts gehört. Dann bei denen angerufen. Was ist denn jetzt los? Unsere ganzen Leute, wir haben Probleme im ganzen Unternehmen. Ne, wir haben über 700 Lizenzen bei G-Data gekauft. Wir sind, wir haben keine drei Lizenzen oder so. Wir haben 700 Enterprise Lizenzen von euch. Und da stehen alle Rechner, haben ein Problem. Und alle Server ja auch. Und, ähm, ja, wir kümmern uns drum. So, und irgendwann kam dann eine E-Mail. Ja, das Problem ist uns mittlerweile bekannt. Wir können das Problem nachstellen. Das Problem wird im nächsten Update behoben. So, und, ähm, wer G-Data schon länger kennt, der weiß, G-Data, äh, hat zwei Update-Zyklen im Jahr. Das heißt, zweimal im Jahr gibt es ein Update. Und dann habe ich gesagt, äh, zu dem Kollegen, der das Ticket aufgemacht hat, ey, schreib jetzt G-Data nochmal an. Nicht, dass die erst meinen, im, im, im Oktober oder so, das Update rausbringen zu wollen. Und dann hat er die angeschrieben und dann kam wirklich die Antwort, ja, das Update Q4 meinen wir. Also Quartal 4 2019. Hallo? Bei uns im Unternehmen geht nix mehr auf den Rechnern und die sagen, im, im Quartal 4, da, äh, du mal dann das Update rausschicken, das dann diesen Fehler behebt. Ja, geil. Ja, wunderbar. Danke für nix, ne. Und, ähm, das war wirklich heftig. Also da werden wir jetzt weitermachen, also das ist jetzt der aktuelle Stand und da werden wir jetzt weiterhin, äh, bei G-Data Druck machen, weil das kann's nicht sein. Das kann's echt nicht sein. Das ist unglaublich. So, dann geht's aber noch weiter. Dann haben wir jetzt, ähm, noch ein anderes Problem im Helpdesk festgestellt. Der Helpdesk hat immer mehr, äh, Meldungen gekriegt, dass in Outlook Terminanfragen nicht mehr verschickt werden. Und wer G-Data kennt, der weiß, die haben ein Outlook Plugin. Da ist, äh, da ist irgendwas nicht in Ordnung. So, dann haben wir mal testweise dieses Plugin deaktiviert und siehe da, auf einmal gehen die Termine wieder raus. Jetzt hast du natürlich das Problem, die Anwender merken das nicht, weil es kommt keine Fehlermeldung. Das heißt, die klicken auf Senden und dann bleibt einfach die E-Mail im Postausgang, geht aber nicht raus. So, und das gleiche wieder, Ticket aufgemacht bei G-Data, eine Antwort bekommen, ja, bitte, äh, ja, das Problem ist bekannt, wird im Update behoben, aber ihr könnt es beheben, indem ihr das und das einstellt. Dann haben wir das eingestellt, hat aber nichts gebracht. Wieder an G-Data geschrieben und dann schreiben sie zurück, ja, da können wir auch nichts machen, da müsst ihr warten, bis das Update rauskommt. Gut, geil, jetzt haben wir überall dieses Modul deaktiviert, damit, und selbst das hat nicht funktioniert. Das heißt, bei manchen Rechnern ging es dann trotzdem nicht, weil das sich irgendwie nicht durchgesetzt hat, obwohl der Rechner Verbindung zum Management Server hatte. Also, ganz ehrlich, sowas kann eigentlich nicht passieren. Und ich bin eigentlich auch kein Feind von G-Data oder ich, ich habe das Unternehmen eigentlich immer gern genutzt und auch, äh, gerne weiterempfohlen, weil ich wusste, was die rausbringen. Das hat alles Hand und Fuß und es funktioniert. Aber was die sich in den letzten Wochen geleistet haben, das ist echt harter Tobak. Und der Supporter hat auch noch gemeint, ja, wegen dem Update gibt es bei uns sowieso hohen Supportaufwand. Und, ja, also, das ist echt nicht normal. Also, da bin ich echt mal gespannt. Ich halte euch hier auch im Podcast auf dem Laufenden. Ähm, wie gesagt, das soll jetzt kein Bashing Richtung G-Data sein. Aber ich finde halt, sowas ist echt nicht gut. Und, ähm, vielleicht haben wir hier Zuhörer, die auch Administratoren sind und auch G-Data einsetzen. Also, installiert das Update bloß noch nicht. Also, das macht euch erstmal nur mehr Probleme, als es euch, äh, was bringt. Und, äh, ihr kriegt das Problem auch nicht in den Griff. Ich meine, die Lösung ist, ich deaktiviere eine Schutzfunktion in einem Virenscanner komplett, damit meine Leute richtig arbeiten können. Was ist das bitte? Das kann doch nicht den ja ansprechen. Richtig gute Idee. Ja. Also, das hat mich wirklich sehr enttäuscht. Äh, hab ich nicht gedacht, dass G-Data mal sowas raushaut. Und ich hoffe, dass wir jetzt soweit Druck machen können. Ich meine, wie gesagt, kein kleines Unternehmen mit 700, äh, Lizenzen, dass wir da ordentlich mal Druck machen können und, äh, G-Data da mal ein bisschen bewegen. Weil das ist schon echt nicht gut. Und ich, ich sag euch ganz ehrlich, also, es gibt genügend andere Hersteller, mit denen ich auch gute Erfahrungen gemacht hab, dann fliegen die halt raus auf lange Sicht. Weil, ähm, das kann's nicht sein. Also, wenn die nicht in der Lage sind, bei so einem Fehler dann mal zu sagen, okay, wir weichen von unserem eigenen, von unserer eigenen Update-Politik ab und schießen da mal so ein Bugfix raus. Also, dann fällt mir echt nix mehr dazu ein. Also, ganz ehrlich, wozu haben denn die die scheiß Entwicklung da in Bochum? Entschuldigung, aber wozu haben die diese Abteilung, wenn die sagen, ach nö, das im Oktober reicht, wenn wir im Oktober das Update rausbringen. Also, das ist echt nicht gut. Gut. So, soviel zum Thema. Wir ragen mal ein bisschen gegen IT-Unternehmen. Aber das, das hat mich wirklich aufgeregt. Und vor allem, du stehst ja als Admin in der Schusslinie, ne? Deine Anwender haben Probleme. Du kriegst vom Chef dann auch noch Druck, warum funktioniert was nicht? Ähm, und alles wegen so einem scheiß Software-Update, was nicht richtig getestet wird. Und das sind wirklich Probleme, sag ich mal, G-Data hat ja selber auch Outlook im Einsatz. Und Exchange, sowas hätten die ja auch selber mal testen und nachstellen können. Das ist ja nichts Exotisches, einen Termin per Outlook zu verschicken. Also, ich hoffe, dass die sich da noch bewegen. Aber es ist, wie gesagt, der Support. Vielleicht haben wir auch einen falschen Support-Mitarbeiter erwischt, dem alles scheißegal ist. Aber es ist aktuell nicht gut. Und wir versuchen jetzt weiterhin, uns an G-Data zu wenden. Und eventuell auch andere Abteilungen mal zu kontaktieren, die dann da mal einen anderen Druck auslösen als intern, was da gerade passiert. Ähm, weil das halt wirklich, äh, ja, es ist schon teilweise so ein bisschen geschäftsschädigend, das Ganze. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Gut. Dann würde ich sagen, außer ihr habt noch Themen. Ähm. Haben wir es für heute? Ich hatte noch was, aber ich habe es... Ähm. Jetzt komme ich gerade nicht mehr drauf. Vergessen? Ah. Ja. Das ist... Oh. Äh, da gab es doch hier vom... Also nur mal ganz kurz, wollte ich mal fragen, ob ihr es mitbekommen hattet, mit diesem deutschen Computerspielepreis. Äh. Aber es klingt schon interessant. Ich habe es mir dieses Jahr wieder nicht angeguckt, aus gutem Grund. Zusammenfassung vom lieben Kollegen vom Holger, von der Videothek gesehen. Also, also ja. Also an Peinlichkeiten nicht zu übertreffen, dieser Scheiß. Dann haben sie... Ja, wieso? Die Dorothee Bär, die hat auch einen heißen, heißen Lappen angehabt. Wie meint ihr eine Comedian, Nuttink ist jetzt in oder so? Hast du das Video geschaut vom Holger oder nicht, Steffen? Ne, ich muss es mir noch angucken. Also, also erst mal fing ich... Ich weiß gar nicht, wie heißt jetzt die Troller, die das nochmal gemacht hat, moderiert hat. Meintest du, ja, ähm, die Veranstalter wollten jetzt jemanden, der Ahnung davon hat. Ähm, letztes Jahr die Kollegin Barbara Schönberger hatte das ja nicht. Und dann Horst Seehofer. Und, äh, aber dieses Jahr haben sie es wieder nicht geschafft. So, ähm, okay. Dann waren ja auch einige... Das ist ja so ein großes Kunstwerk, äh, Leute zu finden, die sich mit Computerspielen auskennen. Ja, pass auf, die Laudator haben auch teilweise alle wirklich selber gesagt, so, ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, warum ich hier eigentlich bin. Ja, genau, ich weiß gar nicht genau, warum ich hier bin, aber... Wer die nicht kennt, schon... Sorry, ich muss nur mal kurz einhangen. Wer die nicht kennt, das ist die Inas Nacht, wer das kennt, wo die sich da zusammensaufen in dieser Hamburger Kneipe da. Das ist die... Ah, okay. Ina, Ina, die... Nee, 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 das ist Ina. Und, äh, Ina Müller. Und die moderiert diese Inas Nacht auf NDR, wo die sich da in dieser Kneipe zusammensaufen. Wer das nicht kennt. Die moderiert da... Ist witzig, geht mal Switch Reloaded Inas Nacht ein. Ihr haut euch weg. Aber gut, das ist nicht weit weg vom Original. Obwohl es eine Parodie ist. Auf jeden Fall. Weiter im Text. Äh, ach, die... Also, ich bin ein Blödsinn, die ganzen lauter Ton. Und so, ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, warum ich hier eigentlich bin. Aber, ja, ähm, genau, ich bin halt mal da. Ich bin halt mal da. Also, die eine war auch ganz, ganz komisch. Und das, was das Ultrapeinlichste war, dann war ein junger Mann da, der macht, ähm, also, der ist E-Sportler und spielt FIFA-Football-Weltmeister. Der ist, glaube ich, zweifacher, äh, ja, genau. Der Timon. Ja, und dann sagt sie zu ihm, ja, Mensch, sag mal, du siehst ja, äh, siehst ja richtig gut aus, so richtig sportlich und so. Gar nicht dick. Ja, ja, ist ja kein fettes Hauch. Ja, danke fürs Kompliment, die ist schon so ganz unangenehm. Und dann, ähm, meinte sie dann so dann später auch so, ja, sag mal, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie ist das dann so richtig? Also, habt ihr da noch so richtig Muskelkater und so, oder? Und denkst ja so, Alter, bist du halt einfach deine Füße. Es nennt sich Szenentscheidungszündung. Das, 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 das Lustige ist ja, ich, äh, ich kenne den Typ halt von, von, von der Gamescom, wo ich den mal, äh, gesehen hab. Und ich folg den auf Instagram und der hat halt da auch was in der Instagram-Story erwähnt davon, dass es halt ultrapeinlich war. Und da hab ich mir gedacht, okay, alles klar, ne? Ähm, ja, der ist halt, wie gesagt, FIFA-E-Speed. Und der ist halt jetzt auch kein Klischee-Gamer. Natürlich nicht, nee. Ähm, und wenn die sich ein bisschen mal mit E-Sport beschäftigt hätte und mit den, ähm, übrigens Empfehlungen, Podcast letztes Jahr, äh, Gamescom, könnt ihr euch anhören. Da hat der Finn einiges über E-Sport verloren. Der kennt sich da natürlich noch ein bisschen besser aus. Aber wer sich damit ein bisschen beschäftigt und der merkt, das sind Vereine wie FC Bayern München, äh, VfL Wolfsburg, äh, 1. FC Nürnberg auch, Schalke und so weiter. Die sind da drin und die achten aber auch drauf, dass ihre E-Sportler auch gesundheitlich gut drauf sind. Weil die nämlich, wenn die gesundheitlich Probleme haben, dann leisten die nämlich auch nichts mehr im Game, am PC. Und das checkt die halt scheinbar nicht, weil sie sich damit nicht beschäftigt haben. Ja, sie hat gesagt, ja, sie ist jetzt ja voll der Fan und so, ist ja voll geil. Und dann hat sie diesen Spruch gemacht mit, ja, du stehst ja den Fußballern im echten Leben nichts nach. Und dann kam eigentlich, ey, auch so eine geile Nummer, ähm, da hat sie auch wieder irgendeinen so blöden Kommentar gebracht. Und dann, dann meinte er so, ähm, muss ich da drauf jetzt antworten oder können wir jetzt einfach weitermachen? Und dann, dann schaut sie, und dann, der geilste Knaller kam dann halt irgendwie, äh, wo, wo er dann nur noch so geantwortet hat drauf. Ja, also die Fragen, äh, die du mir stellst, die sind schon echt, äh, kritisch. Hat er grad noch so gerettet, so. Also eigentlich, hätte auch ich sagen können, so dumm wie die ist, so dieses Stück Brot. Unglaublich. Ne, ich find, ich find den wirklich sympathisch, äh, den, den E-Sportler, der ist echt cool drauf. Der nimmt halt auch kein Blatt vom Mund, das merkt man halt auch. Ich wusste gar nicht, dass der da so reagiert. Ich muss mir das echt mal angucken, weil, äh, ich find den eigentlich grundlegend sympathisch. Der war da super. Ne, aber die, die Ina, äh, die Ina ist halt auch wirklich sehr schwierig. Ich find auch dieses Format von Inas Nacht da, also, ich, schade, dass ihr das nicht kennt. Aber ich, ich, ich kenn's, ich kenn's, so ist es nicht. Ja, das ist halt einfach bescheuert. Also, der, das, wenn man sich mal anguckt, und, äh, da wird halt gesoffen, da in dieser Kneipe. Und, äh, ich mein, das passt ja alles irgendwie zu ihr, aber, äh, das ist jetzt nicht. Es, es, es passt zu dem Thema, was er macht. Es ist, äh, warte mal, was für Inas Nacht, das ist doch so ein bisschen Musikzeug, oder wie war das, oder irgendwie in die Richtung? Ja, da ist dann so ein Shanty-Score auch mit dabei. Ja, ne, oder hat die dann teilweise irgendwie so Promis, oder meistens so aus Musik und so Zeug, oder? Ja, ja, die interviewt dann auch mal Sido, oder sowas, ne? Ja. Ähm, das, aber die ist halt, also, das ist echt schwierig. Und, warum, warum, ganz ehrlich, was spricht denn dagegen vom deutschen Computerspielepreis ein Redakteur oder eine Redakteurin von einem Games-Magazin oder von Rocket Beans oder von, das gibt ja so viele Leute, oder von mir aus auch einen Gaming-Influencer da hinzustellen, das wäre alles besser gewesen als so jemanden. Aber das Problem ist, die Leute, die dort arbeiten, die kennen sich damit nicht aus, das heißt, die wissen auch nicht, äh, wen man da am besten hinstellt, ne? Also, das ist auch das nächste Problem. Also, die beste Frage, wo sie fand ich, den Vogel-Acker-Schnall war am Ende, da hat, äh, das war echt das Geilste. Da, äh, waren, äh, Entwickler von, äh, Rockstar Games da, und dann meint sie, ja, äh, ob sie denn jetzt traurig sind, dass sie für, ähm, ich weiß nicht, ob sie, äh, um GTA 5, Rated Attention da, ähm, ob sie, äh, ob sie jetzt traurig sind, dass sie jetzt kein Preisgeld dafür bekommen haben. Und dann denkst du so, alter, die haben mit dem Spiel so viele Milliarden gemacht. Und dann dachte sie nur noch so, ja, ist das wirklich mal so. Das ist so, dass wenn man abends irgendwie schlafen geht, dass dann immer noch so die Matrix vor einem runterläuft vom Programmieren. Und du denkst immer so, alter, spring bitte von der Bühne, fall rückwärts runter oder fall tot um, aber halt einfach deine Fresse. Es ist so peinlich gewesen, es ist unglaublich. Also, da haben Leute gesagt, so wenn der Drachenhaut hätte das besser moderieren können. Also, das muss doch was heißen, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Boah. Ja. Diese, äh, das hast du aus dem Video vom Holger, weil dann verlinke ich das mal von unseren Zuschauern. Ja genau, am Anfang, jetzt wird der live streamt auf dem Kanal von dem, äh, hier komischen, das gehört ja zu, was hast du denn das für ein Ministerium, wo das dazugehört? Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, im Verkehr. Digitales wahrscheinlich, irgendwas mit Digitales. Ach ja, wir sind ja auch noch an der ganzen Welt zu sehen, hallo, live stream! Und dann schauen irgendwie so zehn Leute zu. Das ist so, ja. Geil. Das ist einfach peinlich. Und, also, echt, die hätten das Geld lieber spenden sollen, oder? Ich weiß es nicht, aber, oh. Ich, ich hätte es gefeiert, wenn Giga wieder besoffen zum Computerspiele, habt ihr das Video gesehen? Damals mit dem David Hain, war das, glaube ich, noch, ne? Wo der David, ich verlinke euch das auch mal in der Videobeschreibung, das war so göttlich, wo die einfach, weil die haben das natürlich auch als, ich meine, das heißt schon viel, wenn so ein Computerspielemagazin sowas nicht ernst nimmt, ne? Und die sind halt dahin und haben gesagt, ey, wir halten das nicht anders aus, wie wir saufen uns jetzt vorher. Und dann fahren wir besoffen mit dem Taxi. Und auf dem Weg dahin haben sie dann noch jemanden getroffen. Haben sie noch jemanden getroffen, der für den Computerspielepreis arbeitet. Mit dem sind sie dann im Taxi gefahren und waren halt rotzevoll. Und ich glaube, die haben dann, glaube ich, noch den Glashäufer Umlauf, der das damals moderiert hat, haben sie dann auch Backstage getroffen. Und der hat so, Alter, ihr seid doch so rotzevoll, kann ich sagen. Ja, so. Bei der Frau habe ich mir nur gedacht, genau, einen hat sie noch gebracht. Da waren, das war auch die, wo sie gefragt hat, mit dem, ob ihr die Matrix noch sieht und so. Der eine war ein Schwarzer und der andere halt nicht. Und dann meint sie so, und du sitzt beim Zocken draußen und du drin, oder? Äh, was? So, Alter. Alter. Was, bitte? Okay. Das war so. Okay. Ja. Genau. Ja, das ist heftig. Aber es war halt echt so, keine Ahnung, Anzugtrigger, Krawattenständer da drin. Dann irgendeine Oma da vorne, die den Scheiß moderiert, keinen Plan von irgendwas hat. Ja, die Ina ist ja Baujahr 65, also das ist halt auch nichts, was jetzt für die junge Zielgruppe, sag ich mal, da nützt es auch nichts, wenn die Dorothee Bär im heißen Fummel dahin geht. Das bringt da auch nichts. Also, das ist schon, ach ja, es ist echt gut, dass wir nochmal drüber geredet haben. Das ist ja irgendwie hier. Ja. Ja, es war einfach nur, wenn du halt keinen Geschmack hast und Geld bereitet hast. Es war einfach nur peinlich, peinlich, peinlich. Genau, so heißt das Video auch von Holger, von unserem geschätzten Kollegen von Massengeschmack TV. Ich verlinke das auch mal, könnt ihr euch angucken, weil der hat das, glaube ich, dann auch ganz gut zusammengefasst. Unglaublich. Was da passiert ist. Es ist schlimm, es war schon immer schlimm. Ich suche gerade nochmal von Giga das Video, das verlinke ich euch auch nochmal, weil da habt ihr dann noch was zu lachen. Das war einfach geil, weil die haben das halt auch nicht ernst genommen und man merkt halt, das war schon seit Jahren war das eigentlich was, wo man einfach nicht ernst gegen Sega oder so ein Scheiß da mit 40.000 Euro dotiert werden, denkst du dir so. Ja. Wow. Genau. Also die deutsche Videospielindustrie hat eh ein Problem. Ja. Ach ja, genau. Es gibt sogar zwei Folgen, also habt ihr zweimal was zu lachen. Es gibt einmal den Giga Epic Fail Vlog vom Computerspielpreis 2012 und es gibt den SUV-Apokalypse-Vlog vom Computerspiel 2013. Oh, schön. Und ja, das könnt ihr euch dann mal angucken. Da ist dann auch der Kollege David Hain, den wir ja auch schon interviewt haben. Oder ich hab den, glaube ich. Du hast damals, glaube ich, Ben Salomo interviewt. Genau. Und den hab ich interviewt, der ist da auch mit dabei. Also das ist auf jeden Fall lustig. Und eine Empfehlung zur Abwechslung mal. Ja, du merkst halt, es nimmt niemand, der in der Branche wirklich arbeitet. Also ob das jetzt ein David Hain ist oder auch ein Fabian Siegesmund oder auch die Jungs von den Rocket Beans oder keine Ahnung, ein Haider oder so, die nehmen diesen Computerspielpreis einfach nicht ernst. Da ist auch noch groß irgendwer drüber. Das ist, das ist schon, nee, irgendwie interessiert halt keinen. Ja, das letzte Mal, wo ich aktiv was vom deutschen Computerspielpreis gehört hab, war, wo sie, glaube ich, Crysis 2 mit irgendwas ausgezeichnet haben und dann die Leute mal wieder rumgeschrien haben. Oh Gott, Killerspiel. Und das war das Letzte, was ich so mal aktiv vom deutschen Computerspielpreis mitgekriegt hab. Ja, naja, ich mein, was willst du nur da auszeichnen, wenn eigentlich die Big Player, sag ich mal, in ganz anderen Ländern sitzen, die da, wo eigentlich der deutsche Markt dort total uninteressant ist. Nee, gut, du hast halt ein, zwei ganz gute deutsche Sachen, aber es sind halt alles so kleines, kleines Zeug, jetzt zum Beispiel Deadly und so weiter. Ja, ich sage ja nicht, dass es grundsätzlich nichts gibt, aber... Nee, 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 die machen ja gutes Zeug, aber das Problem ist halt... Ja, das reicht ja nicht für so einen Preis einfach. Das ist irgendwie schon ein bisschen, ein bisschen komisch. Also, aber gut, das ist genauso, wie wenn wir irgendwie, ja, was gibt's denn da noch, den Innovationspreis für IT oder irgendwas in Deutschland auszeichnen, wo wir eigentlich ganz genau wissen, wir haben da eigentlich nichts Großartiges, ne, außer so ein paar Unternehmen, aber es ist halt nichts Großartiges dabei, was vielleicht auch so ein bisschen, und da sollte sich auch die Politik mal an die eigene Nase fassen, was vielleicht auch politisch ein Problem ist in Deutschland. Warum gibt's so wenig Entwicklungsstudios? Warum wandern die alle aus? Warum hat Crytek zum Beispiel, liebe Coburger Politiker, warum hat denn Crytek Coburg verlassen? Hm, komisch. Ne, weil einfach die Bedingungen da scheiße waren. Weil einfach die Möglichkeit für den Wachstum in Coburg zum Beispiel nicht gegeben war und in Deutschland allgemein schwierig ist. Und, ja. Dazu muss man vielleicht auch noch ein was sagen, um mal eine ganz kleine Lanze hier mal für die Politik zu brechen. Es ist auch in Deutschland mit den Banken wahnsinnig schwierig, hab ich mal gelesen, äh, für Entwicklungsstudios an Kohle zu kommen. Weil, äh, die Banken wollen halt Sicherheiten, dann, die du halt nicht hast, und dann musst du dich halt entweder für, für einen Publisher bücken oder halt, äh, bück dich viel Wunsch Ich stelle mir gerade vor, ja genau, ich stelle mir das gerade so vor, da kommt EA oder so Ubisoft mit so einem Riesenteil und dann, egal. Man merkt, man merkt gerade, dass der Podcast schon zwei Stunden lang ist, weil das geht gerade in eine Richtung, die ist echt nicht gesund. Ja, auf jeden Fall, äh, um mal wieder zum Thema zurückzukommen, äh, dieser Podcast, Peggy18. Man muss halt dann entweder, äh, dir einen Publisher suchen, der dir halt die Kohle vorstreckt, ja. Und dann, äh, heißt's halt auch, ja, jetzt, äh, machst du einfach mal ohne Zeug, ne? Ist ja ohne Geld. Oder du, du machst halt was, wo dir, wo dir den Banken gefällt, und das ist halt Mobile Games und so Zeug. Weil die gehen, mit denen kriegst du Kohle. Ist wie geschnitten Brot. Und dafür kriegst du dann da Kohle. Und dann kannst du es halt noch, keine Ahnung, irgendwie selber machen und versuchen, das Ganze irgendwie über, keine Ahnung, Crowdfunding und, äh, was weiß ich, alle für Möglichkeiten zu finanzieren. In Deutschland heißt das Crowdfunding. Ne, tja. Crowdfunding, das hast du dann eher, wenn du mal wieder Polen überfällst und Gold oder so abzuholen. Jetzt ist Polen offen. Oh je. Also wenn, also wenn wir den Podcast noch monetarisieren können, dann ist, glaube ich, dann ist, glaube ich, der Upload-Filter von YouTube gerade runtergefahren worden. Also, hei, 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 jetzt war ja alles drin, ne? Von, äh, Bücken für Publisher über, keine Ahnung, Fummel von Dorotin. Da ist ja alles da was. Eben. Stimmt, ja. Ach ja, schön, dass wir noch drüber geredet haben, das hätte mir irgendwie, das wäre schade gewesen, wenn wir euch das nicht im Podcast mit, noch mit reingenommen hätten, den Computerspielepreis. Ach ja, der war ja auch, naja gut, äh, eigentlich müssen wir mit Cours of the Uda mal hinfahren, einfach mal so, das ist, glaube ich, witzig, ne? Ich bin betrunken, wir machen, wenn, wir schnappen uns den David Hein und sagen, komm David, geh mit uns, wenn du schon nicht mal bei Giga bist. Wir, wir, wir bringen, wir bringen eine Flasche Küstennebel mit oder sowas. Lass uns den Computerspielpreis nochmal durch den Kopf gehen. Ja, aber bitte nur einmal, ne? Zweimal. Ja, ne, aber ich glaube, dass, da müssen wir echt mal hin. Ich habe ja wirklich mal Bock auf solchen bescheuerten Messen, äh, mich mal auszutoben wie die Grüne Woche oder so, wo einfach absurd ist. Solche absurden Messen oder auch Veranstaltungen wie den Computerspielpreis, da muss man einfach mal vorbeigehen. Ach, schön. Und da mal ein lustiges Video drüber machen. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, entlassen wir euch vom Podcast. Halt, wir haben es vergessen. Ich hoffe, das hat euch wieder mal gefallen. Das Wichtigste. Nein. Doch, natürlich. Nein. Abonniert uns. Die wichtigste Sache. Ihr habt alle UNO falsch gespielt. Instagram. Du hast doch daran gedacht. Ach so, ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, natürlich. Nur nochmal für alle, falls ihr mal beim Azubi-Zimmer wieder UNO spielt oder so. Oder, ja, gibt ja noch Leute, die sowas analog spielen. UNO hat ganz klar klargestellt, dass man auf die Plus-Zwei- Nein, analog. Ah. Dass man auf die Plus-Zwei- und Plus-Vier-Karte keine weitere Karte legen darf. Auch keine weitere Plus-Zwei- und Plus-Vier-Karte. So. Jetzt sind wir fertig. Nein. Okay. Ja, das war jetzt schon, das ist jetzt schon das Bonus-Material sozusagen. Das ist jetzt, das muss auf die B-Seite von der CD. Das ist wie ein Zucko. Das ist wie ein Zucko. Das ist wie ein Zucko. Ja, genau. Ne, das ist Bonus-Material. Dann hau ich auch noch was raus. Übrigens, Shoutout geht heute an die Werters Original-Karamell-Popcorn. Echt geil. Werters Original-Karamell-Popcorn. Also, wenn ihr Diabetes und Fett machen wollt. Nein. Dann, Alter. Alter. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt ja gemeinsam zu Steffen und sagen, das ist halt ein Gegenbeispiel dafür. Folgt auf, folgt mir auf Instagram, ne. Äh, äh, q, äh, q, äh, q, äh, q, u, unterstrich Steffen, ne. Äh, dann können wir euch selber ein Bild davon machen. Folgt uns auf Instagram. QSO4U hat ja auch Instagram mittlerweile. Nein, aber die Dinger sind echt, äh, echt gut. Aber zu viel sollte man davon nicht essen. Aber das, ein normaler Mensch macht das sowieso nicht. Weil die sind halt so pappensüß. Aber auch geil. Und das ist halt einfach das Problem. Ne, hab ich jetzt entdeckt. Ne. Ich krieg dafür kein Geld. Aber wir hatten ja schon mal in der Silvester-Folge über Süßigkeiten geredet. Deswegen hab ich gedacht, komm, greifst du es heute nochmal auf. Wenn ihr wollt, haut auch noch einen Schokoriegel raus. Oder was ihr gerne grad esst, ist mir egal. Krieg ich kein Geld dafür. Ja, Crunchyps sind immer ganz gut. Totenstille. Keiner sagt was. Ja. Naja, ich mein, äh, an sich, sag ich mal, äh, wir haben ja keine Sponsoren beim Podcast. Also, wenn ihr Werthas Original auf Stork steckt. Oder hinter, hinter der, äh, wenn ihr, äh, können die nicht zu Nestle mittlerweile? Es gehört alles zu Nestle. Aber da ist bestimmt Milch drin und Milch ist nicht geil. Alles zu Nestle. Ja, genau, das wissen wir doch. Ja, und Steuern sind auch Gift, deswegen wandert Umi ja jetzt aus und zahlt in Neuseeland keine Steuern mehr. Nein, natürlich nicht. Nein, der ist natürlich wegen der Landschaft ausgewandert. Er ist ausgewandert. Ach, die Lochis trennen sich. Ja, das Wichtigste zum Schluss, ne? Ja, no joke jetzt. Ja, die Lochis trennen sich. Wann sind die Geschwister? Wann sind die Geschwister? Nee. Ja, ich weiß. Ja, eben, das sind doch Geschwister, oder? Ich wusste gar nicht, dass die warme Brüder sind. Also, okay. Ich glaube, das geht jetzt in die Richtung, glaube ich, fast Trommi-Flash noch unterschreitet. Ja, das ist ja okay, aber es interessiert halt auch keine. Influencer sind in der Türkei auf eine Art Kaffeefahrt abgezockt worden, aber egal. Genau. Da rät man im nächsten Tech-Talk drüber. In diesem Sinne, liked unser Video, subscribt unseren Channel, folgt uns auf Instagram, folgt uns privat auf Instagram, folgt uns auf Twitter, äh, genau. Abonniert uns auf Spotify, abonniert uns auf iTunes und in diesem Sinne, genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.